Moin Freunde, ich wieder vorneweg mit einer kleinen Triggerwarnung, denn Heavy Rain hat es genauso in sich wie Detroit und Beyond Two Souls, die wir ja zuvor schon gemeinsam gespielt haben. Heißt, wenn ihr besonders anfällig seid bei der Darstellung von psychischen Erkrankungen, Panikattacken, Entführungen, Gewalt und Drogenexzessen, dann solltet ihr vielleicht dieses Projekt lieber aussetzen und was Schöneres, was Angenehmeres schauen, möchte ich an dieser Stelle gerne vorwarnen, damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr sagt, ihr haltet das aus und steckt das easy weg, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem mit Sicherheit auch großartigem Spiel. Ich weiß es noch gar nicht, ich nehme die Warnung gerade nach der ersten Folge auf, bisher ist es wirklich sehr, sehr geil. Für alle, die sagen, breche ich direkt lieber ab, oben rechts für euch ein paar schönere Playlists verlinkt. In diesem Sinne viel Freude und danke fürs Reinschauen. Samstag, 11 Uhr 22. Wie kann man denn so schlafen, Mann? Da gab es ja auch ein paar Gläser zum Abend, oder? Hahaha. Interessantes Opening. So zersplittert. Und wir liegen in einer schicken Bude und dürfen aufstehen. Junge, aber ganz ehrlich, so müsste ich auch schlafen, wenn ich das Kissen dazu sehe. Wie ist denn das Bett aufgebaut? Oh Gott, da brichst dir doch das Genick, wenn ich zum Schlafen aufs Kissenbett ist. Hahaha. Na gut, erheben wir uns mal. Guten Morgen, guten Morgen. An sich aber schickes Schlafzimmer, ne? Schöne Nachttischlampen. Erinnert so ein bisschen an was Japanisches, so diese Papiergeschichten, ja? Und uns scheint es ganz gut zu gehen hier, ne? Gucke an. Nana, siebter Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, so ein bisschen kenne ich die Steuerung ja noch aus den Vorgängern. Das ist bestimmt der Kleiderschrank. Da ist ein Zettel. Boah, da ist ja gleich ein kompletter Overload. Was haben wir hier im Bild? Ja. Das sind zwei Kinder und eine Frau. Heißt, ich bin verheiratet? Habe ich auch Klamotten oder... Oder ist das nur eine Erinnerung? Mal sehen. Wir haben eine Krawatte. Dann ziehen wir die doch an. Oder nicht? Ja, wir bleiben nackt. Das ist kein Problem. Indem sie ihn rechts gedrückt halten, können sie jederzeit die Gedanken des Characters anhören. Aha. Duschen. Okay, jetzt schon mal kein WoW-Spieler. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Ja, das ist generell eine gute Idee. Kann ich aber vorher noch auf Balkon hier ein bisschen entspannen. Ich finde ja den Aufbau hier vom Schlafzimmer so toll. Garten mit einer dicken Hecke. Junge. Die haben die meisten von uns sonst woanders. Oh, aber gleich wieder Reihe. So schlimm war der Gag jetzt auch nicht. Komm. Erstmal entspannt machen. Ja. Schön Spielplatz da für die Kinder. Schöne Aussicht. Oh, unten ist geschmückt. Geburtstagsfeier oder so. Okay. Also, mir gefällt das sehr gut. Wann kann ich einziehen? Sehr, sehr gut. Rabbid Wolverine. Vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Kann ich jetzt bei jeder Brüstung einzeln gucken? Tatsächlich. Okay. Basketball-Corp. Also finde ich super idyllisch. Und wenn ich bei diesen Games bisher eins gelernt habe, dann, dass gleich was ganz Schreckliches passiert, um das auszugleichen. Kann ich wirklich an jedem Brüstungsteil einzeln schauen? Aha. Na ja. Also als Kind wäre ich da aber richtig unten am Eskalieren gewesen, Junge. Schön mit den Pokémon-Figuren drin spielen oder so. Da hätte ich mich aber gesehen. Hör mal. Die hatte ich überall. In der Badewanne, im Kinderzimmer, im Garten. Wo ich war, waren auch die Pokémon. Oh. Ja. Naturborsche wollte wieder rausgehen. Okay. Wir wollen erstmal duschen. Bild mit der Family haben wir gesehen. Und wir haben hier einen Zettel. Was steht da drauf? Twitch Prime. Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Von Grace. Okay. Grace geht es gut. Das ist ein Grund zur Freude. Stand zwar doch nicht Twitch Prime drauf, aber guten Morgen ist auch okay. Ein Zettel wurde uns hinterlassen. Na ja. Dann gehen wir mal duschen wahr und gucken uns ein bisschen um hier. So. Haben wir ein Vögelchen? Ach schau mal. Das ist ja toll. Ein Pieper. Hallo. Oh. Ein seltener Pixelsittich. Der letzte seiner Art. Das ist aber kein schöner Platz für den. Oder? Kann der überhaupt aus dem Fenster gucken? Na ja. Okay. Da ist ein großes Fenster. Menschen laufen sogar Leute rum. Haben die denn nicht zu zocken? Schaut mal. Die sitzen da unterm Baum wie so ein paar Asoziale. Na den werde ich es aber zeigen. Den kaufen wir erstmal ein bisschen Game Time und dann werden die schon sehen. Okay. Das Kinderzimmer. Was haben wir da? Ein paar Bälle. Ja was man so macht als Vater am Sonntag. Ne. Erstmal aufstehen. Ein bisschen jonglieren. Für Aktionen, die Timing und Präzision erfordern. Oh Gott. Drücken Sie die angezeigte Taste, sobald sie erscheint. Okay. Mal sehen. S. W. S. W. Aber schaut mal. Da füllt sich so ein Rad mit der Zeit. Ne. Ich hab wirklich nicht viel Zeit, um die zu drücken. Aber ich bin hier der Jongliermeister, Junge. Ey. Hat sich das Beyond-Training doch gelohnt mit dem Extra am Ende. Die haben hier so ein schönes Tipi, heißt es glaube ich. Schicke Uhr. Mir fast ein bisschen zu kahl für ein Kinderzimmer, wenn ich ehrlich bin. Ah. Hier ist die dicke Posterwand. Okay. Eine schöne Posterwand. Kann ich jetzt nochmal meine Gedanken hören? Ne. Es geht nur ums Duschen. Es gibt keine anderen mehr. Schön. Anni. Hallöchen. Grüße. Falafel waren echt gut. Wieder ein neuer Dönerladen. Da muss man sich immer durchprobieren. Was haben wir hier? Oh, die Toilette. Das ist doch schön, wenn es geschmeckt hat. Ein Satz, den ihr hoffentlich nicht sagt, wenn ihr irgendwie in der Nähe der Toilette seid. Aber wir pinkeln erstmal, ja. Durch die Boxershirts durch. Dass wir einfach so ein Loch vorne haben. So ein richtig kräftiger Strahl. Rums. Hahaha. Der geht durch, Junge. Können wir auch spülen? Ja, machen wir schon, ne? So, wir sind ja, wir sind ja bei uns zu Hause. Das Klopapier hing auch richtig rum. Ja, hier ist noch anstanden in diesem Haus, ne? Nur den Deckel kann ich nicht runtermachen. Aha, aha. Gucke an. Na gut. Dann sind wir hier wohl im Badezimmer. Ja, aber auch fancy, ne? Allein das Waschbecken. Ja, moin. Himberchi. Zweiter Monat. Dankeschön. Stand doch Twitch Prime auf dem Zettel, ne? Wusste ich doch. Hahaha. Mensch, ja gut sehen wir aus. Ey. Wer ist der Mann? Das kann ich hier machen? Zähneputzen? Jawohl. So, hatten wir eigentlich schon mal Fälle von Game Product Placements, wo dann wirklich eine bekannte Zahnpasta-Marke oder so zu sehen war? Kenne ich, glaube ich, nur in dieser Form von Filmen und Serien. Also natürlich sowieso Influencer-Content und so, aber in Games? Das hält sich, glaube ich, in Grenzen, ne? Ah, schön. Hier Zahnputz-Simulator. Jawohl. Ah, das finde ich gut. Schön reinrotzen. Ja. Einwandfrei. Hahaha. Hände waschen war nicht drin, dann müssen wir in den Nebenraum. Ja, warte, das ist aber echt so, oder? Da war kein kleines Waschbecken oder so hier auf dem Klo. Muss ich ja nochmal checken. Ne, ne? Da musst du dann von hier rüber und was machst du, wenn hier besetzt ist? Dann stehst du da mit deinen Kack-Riffeln. Hahaha. Das ist ja auch super geplant hier, ne? Architekt einfach durchgefallen. Ich flippe aus. Fredon, Nessie, hi. Man sieht, du konntest den Schar nicht selber erstellen. Die Wangenknochen sind zu klein. Ja, dafür sind andere Dinge größer, wenn du verstehst. Hahaha. Was haben wir hier? Ah ja, der Rasierer. Oh ja, da muss alles runter hier. Na klar. Weg mit der Hecke, die haben wir ja schon im Garten. So. Und hier nochmal, genau. Und jetzt gleich noch einmal durch die Kimme ziehen und dann in die Nase. Doch nicht. Na gut. Das machen wir nur im Osten so anscheinend. Bei Death Stranding war Werbung. Ah, okay. Das ist ja auch eher ein neueres Game. Siehst du, habe ich nicht gespielt. Wieder was verpasst. Schöne Badewanne. Ein Stuhl. Ja, für den Spanner, der dann nebenbei beobachten kann. Man muss ja irgendwie ein Nebeneinkommen haben. Und hier scheint die Dusche zu sein. Drehen Sie Ihren Kopf, um die möglichen Aktionen zu sehen. Schauen Sie mit der Maus die Dusche an. Ah, so drehe ich mich einfach. Geht das auch in die andere Richtung? Tatsächlich, ich habe die volle Kontrolle. Nice. Ja, dann. Gehen wir duschen. Der Mann ist ja nackt. Duschi, duschi. Ja, muss ich gleich anrufen bei dem Game Studio, ne? Und dann schreie ich, die Szene muss weg. He, Hildegard. Der Mann ist ja nackt. Junge, wie kann man denn so kurz duschen? Das ist ja scheußlich. Das grenzt ja an Folter. Oh Gott. So, kurz kopftrocken rubbeln hier. Jawohl. Schönes Sandtuch. Ja, der duscht einfach nackt, oder was? So ein kranker, Perverser. Ah, es ist ganz schlimm, wie es hier anfängt. Das haben sie schön gemacht, hier mit der Zensur. Ja, für die Klammer gelöst. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. Dann sind wir jetzt ein völlig neuer Mensch und können uns auch anziehen, würde ich sagen. Drücken Sie Steuerung links zum Wechseln des Kamerawinkels. Umgebung erkunden. Ah ja. Oh Gott, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Das wird ja... Das wird ja wieder toll, wenn ich 300 Mal in den selben Raum reingehe und mich wundere, warum ich nichts finde, ne? Weil ich vergessen habe, umzuschalten. Jetzt aber, was ziehen wir denn an? Ich war ja für die Krawatte, aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr, ne? So. Ich wette, der Perverse ist sogar nackt unter seiner Kleidung. Es wird wirklich immer schlimmer mit den Figuren hier in Videospielen. Ich sage es hier. Hose ist an. Jawohl. Oh, dann sieht das doch ganz gut aus. Oh, na guck mal. Ey, locker, leger hier aber. Hallo. Ja, bisher ist so der Sonntagssimulator, ne? Wobei, wenn es wirklich der Sonntagssimulator wäre, dann würden wir alle da noch liegen. Schmelke, hi. Was ist denn das da für ein Ding, wo ich gerade drauf zugehe? Warte, nicht gleich wieder hinlegen. Das war nur ein Gag. Hier vorne. Was ist das? Eine Lampe? Ist das Kunst, die ich nicht verstehe? Oder ein Katzenbaum? Das könnte anders sein. Hier war das Kinderzimmer. Schau mal, die haben Hüte. Unsere Kinder haben Hüte. Welches Kind trägt denn die Hüte auf der rechten Seite? Habe ich ja noch nie gesehen. So ein Kind, Cowboy oder Wild? Kinder mit Hüten. Aha. Naja, gehen wir mal runter. Schöne Treppe hier. Ist ein schönes Häuschen, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Gedanken des Characters ändern sich mit der Situation. Überprüfe sie regelmäßig. Okay. Wenn ich nicht weiß, was es ist, ist es meistens Kunst. Ja. Das sehe ich ähnlich. Garten und Arbeit. Ach. Muss das denn sein? Ich will mich erst mal umgucken hier in unseren vier Wänden. Da liegen Bananen. Okay. Kann ich hier machen. Oh. Das ist aber ein schönes Frühstück, Junge. Guck mal. Orangensaft. Zwei Weintrauben. So esse ich auch immer. Ja, ja. Reicht. Der Rest wird weggeschmissen. Da geht es raus in den Garten. Ja. Kindergeburtstag ist hier soweit vorbereitet. Da können wir Käffchen machen. Ja. Guck mal. So. Schöne Maschine hier. Ich glaube langsam, unsere Familie ist finanziell ganz brauchbar aufgestellt. Kann das sein? Schön langsam jetzt hier. Ja. Mit Gefühl. Einwandfrei. Mensch. Dieser Mann ist gesegnet. Er hat eine Kaffeemaschine und zwei Kinder. Eine tolle Frau. Einen Kuchen im Kühlschrank, Junge. Jason hat Geburtstag. Aha. Noch ein O-Saft. Den schütteln wir einfach und dann stellen wir ihn wieder rein. Das machen wir auch mit allen Bierflaschen. Nee. Ah ja. Wir wollen lieber den O-Saft aus der Packung und nicht den aus der Flasche. Ja. Kommen Sie weg, der Teil. Ah. Bisschen gierig gewesen. Passiert. Schön paar Bierchen drin. Nice. Mehrere Kuchen sogar. Ja. Mensch. Wir sind ein Mehrkuchenhaushalt hier. Finde ich gut. Da kann ich ein bisschen rausgucken. Oder was mache ich da? Dachte ich. So. Wie sie Nachbarn ausspionieren hier. Ah. Die Kackplagen. Runter von meinem Rasen. Die sind Schweine. Aber er enjoyt das so ein bisschen. Ja. So momentan. Momentan könnte auch die erste Folge von so einer US-Sitcom sein, wo der Main-Character vorgestellt wird. Man sieht so den Tagesablauf. Hier wurde das Spielzeug wieder nicht weggeräumt. Ich flippe komplett aus. Party-Hüte. Sehr nice. Sind das Elefanten? Das ist ja super. Schaut mal. Die halten sich am Rüssel. Und auch am Arsch. Naja. Das ist schon weniger süß. Aber gut. Sollen sie machen, die Elefanten. Ist ihre Feier. Okay. Hier kann ich auch gucken, wie es scheint. Ja. Der Garten nochmal. Wird da ein Jumpscare kommen? Nice. Alles schön. Schönes Wetter. Wenn das Wetter schön ist, dann wird auch keiner ermordet hier. Das ist ein Gesetz. Was habe ich denn da? Mehr Bilder. Warte. Oh. Erstmal wieder hier. Steuerung. So. Architektur. Ja. Hätte er das Buch mal gelesen, bevor er das Klo eingebaut hätte, ne? Jetzt ein bisschen spät. So lese ich Bücher auch immer. Oh. Schöne Bilder, aller. Ja. Bin ich schon im Bilde hier in der Situation. Da müssen mir aber auch alle fehlen, wirklich. Dass ich aufstehe und erstmal ein Buch über Architektur lese. Nachdem ich zwei Weintrauben gegessen habe. Ne, das ist nicht mein Lifestyle, Leute. Das ist nicht mein Lifestyle. Vor Musik habe ich Angst. Sonst kommt die GEMA und tötet mich. Fernseher setzen. Nö. Kann ich mich auch so hinsetzen und in die Leere starren? Kann ich. Junge, wie unangenehm. Kira, hi. Wie unangenehm. Na, komm, kurz noch ein bisschen. Da ist sogar Holz in Kamin. Wie cool. Ich mag das Design der Bude total. Nur bei der Toilette, ne? Muss man nochmal drüber reden. Er genießt das Programm total. Man sieht richtig, wie er innerlich stirbt. Was ist das denn? Indianer Jones jagt das Masupilami, oder was? Ich bin verstört von allem, was ich sehe. Gut. War schön mit dem TV. Ja, kann ich ausmachen auch? Komm. Toll. War meine Lieblingssendung, aber die Folge kenne ich leider schon. Ja. Sad Life. Gut. Wir hatten da das Buch. Oh, dann hören wir nochmal in die Gedanken rein. Gehen wir da erst in den Garten? Er war wieder zu langsam, wa? Nichts geschafft. Und die Frau kommt. Und die Kinder. Hey. Hey. Ja. Helfe ich dir so, Schatz? Ist das okay, wenn ich dich motivierend anschaue? Ich brauche die Situation. Nice. Ja, Taste halten. Guck mal, wir umarmen uns und gleichzeitig die Einkäufe. Ja. Hm, Kussi. So. Ich hoffe, da sind Nougat-Bits drin, sonst Scheidung. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum wendigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Welche Arbeit? Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich habe noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Ah, die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Die Dessertteller? Kein Problem, ich mache das schon. Ja, ja, ich kriege das hin. Habe eben auch alles geschafft, ne? Weder Garten noch Arbeit. Ich habe Fernseh geschaut, Junge. Geil. Was ist denn da los? Kann ich mir einen Hut aufsetzen? Ach ne, schade. Das ist der Schrank einfach. Der Klassiker. So eine geile Butze, aber die Tür klemmt, ne? Okay. Die Teller. Das ist das Set von meiner Mutter. Pass auf, okay? Ja, oh. Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Oder doch. Guck mal, hier mit Liebe wird dekoriert. Wir brauchen eh nur vier Teller. Unser Sohn hat eh keine Freunde. So. Und hier rüber. Schön. Bin der Partymeister. Niemand kann mir was anhaben. Wir den Kindern spielen warm. Wie wäre es mit Musik? Ach so, damit es wärmer wird, oder was? Garten. Tolles Wetter draußen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Aha. Sie wird mit jedem Tag schöner. Oh. Puh, hier stickt man ja. Ich schnapp im Garten mal frische Luft. Okay, er hatte richtig Bock auf den Garten. Ich glaube, ich gehe raus und spiele mit den Kindern. Ja, wir haben ja vier Teller hingestellt. Ne, die Frau macht den Rest. Das ist gar kein Problem. Junge, die Heizkosten bei diesen Fenstern, ne? Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Das ist gar nicht der Garten. Haben mich verlaufen in meiner Hütte. Nächste Anzeige für den Architekten. So. Dann gehen wir vielleicht doch woanders lang. Dann geht es in den Garten. Sicherlich hier drüben, wo ich vorhin rausgeguckt habe. Oh, schaut mal, Bärchen und die Fernbedienung von dem Truck. Aha. Nice. Ich dachte, das ist für die Jungs. Ja klar, ich schaue nur, ob es immer noch funktioniert. Ah ja. Ja, klar. Er wird hier mies besearcht von meiner Frau, ne? Scheiße, Mann. Naja. Gucken, ob die Kinder auch noch funktionieren da draußen. So. Und kann ich auch noch mal gucken jetzt? So richtig creepy beobachten, wie sie da mit ihren Schwertern spielen? Ah, nice. So muss das, Junge. Heimlich früher auch mit meinem Cousin immer schön gekloppt mit irgendwelchen Stöckern. Aber jetzt kommt Papa. Hallo. Ich habe ein richtiges Schwert dabei. Ich habe Frostblatt. Das war's. Dann legen wir los. Hey, fünf Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen bald. Okay, versprochen, Mama. Na, wer ist der Erste? Ich zuerst. Nein, ich zuerst. Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. Was machen wir denn? Baseball oder so? Äh. Ich zuerst. Ich zuerst. Ja, okay, du zuerst. Okay, Jason. Wir machen den Helikopter. Jetzt schmeiße ich ihn einfach über den Zaun, oder was? Okay, los geht's. Okay, let's go. Jawohl. Und jetzt loslassen. Und danach essen, damit alles hier wieder rauskommt. Was wird das jetzt? Ein Wrestling-Move, Junge. Okay, Sean. Mach dich bereit. Es geht los. Yeah. Oh, Vorsicht, ein Unfall. Ein Unfall. Ich komme nicht mehr raus aus der Ecke. Ja, Sean, gefällt es dir hier in der Ecke? Guck mal, wir können uns ein bisschen drehen zur Seite, aber wir kommen hier nie wieder raus, Sean. Sean, ich stecke im Treibsand. Ich gehe immer weiter unter, Sean. Du musst mir helfen. Sean, Papa bekommt gleich keine Luft mehr. Hilfe, Sean, Hilfe. Oh Gott. Ich möchte wirklich gern weitergehen, aber ich darf nicht, Leute. Ich bin jetzt immer mit meinem Kind in dieser Ecke gefangen. Jetzt, ja, jetzt, Sean, sehr gut. Sean, super Sache. Hat nur zehn Minuten gedauert, bis du mich gerettet hast. Kein Problem. Hey, Heidewitzka. Mensch, das ist ja ein Spaß. Ja, quasi, ja, Papa hat heute Morgen wieder per Whisky zu viel getrunken, ne? Sean. Aber das wird Sean. Und jetzt rennen wir in die Hecke. Oha. Okay, schnell wehdrücken. Das ist das Tutorial auch gleichzeitig, ne? Ja. Ja, Dad, schlag uns die Zähne aus. Junge. Der Großmeister. Danke, danke. Oha. Jetzt geht's rund. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine untarten büßen, Schurke. Haha, gib auf, Schwächling. Ich habe ein Schreibgebiet. Hehehe, ist komplett drin, Junge. Bam. Du schaffst das. Hoia. Gib auf, ich bin der Sieger. Ja. Oh, oh, oh. Greife, angreife. Easy, Junge. Ah. Das zahl ich dir heim. Big Slice only. Oh, das gibt einen blauen Fleck. Ja, Jason. Ja, gut. Ja, ha, ha. Ja, ha, ha. Jason, los. Ja. Hoia. Beweck dich. Der epische Fives. Ja, ha, 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 ha. Ich hab dich. Verdammt. Ja, Dad ist tot. Essen ist fertig. Kommt ihr rein? Wir kommen. Plotwiss war ein echtes Schwert. Oh. So schnell wird man vergessen. Naja. Leute, esst ruhig ohne mich, ne? Ich bin nicht immer noch hier draußen. Bitte lass mich nicht wieder in der Ecke allein. So. Was gibt's denn? Es gibt Essen. Ja, ha, ich komm ja auch. Ich geh ihn holen. Schon. Was? Ach so. Das Kind. Wollte grad sagen, wait, woher? Wo soll er sein? Sean? Warum ist Sean nicht am Tisch? Er ist sicher irgendwo im Haus. Er muss ja. Oh nein, ist er jetzt entführt worden oder so? Na. Er war doch gerade noch da. Innerhalb von drei Sekunden wird man nicht entführt, oder? Er ist bestimmt oben, oben, äh, kacki machen oder so. Sean. Hey, wo bist du? Bist du in deinem Tipi drin? Machst du Pipi in deinem Tipi? Ne, anscheinend nicht. Na gut. Metalbacker. Hi. Hier ist anscheinend nichts weiter. Ah, hier sitzt es hier. No. No. Sean? Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Oh, Merlin. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean. Es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Merlin. Oh no. Das war kein schöner Start. Und wir sind in der Stadt. Und wir kloppen uns oder so. So ähnlich. Oh, ich glaube, ich gucke mal eben nach Schuhen für Sean. Passt du auf, Jackson, auf? Es wird nicht lang dauern. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Hm. Wir bleiben hier. Schön Schuhe kaufen. Ich habe noch keine Ahnung, wo das jetzt hingeht. Jason. Oh, Jason ist weg. Jason. 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 Ja, etwas lauter. Ich glaube, er will nicht. Wo ist er denn? Äh, Clown? Er ist bestimmt zum Clown gelaufen. Das kann so sein. Er kann nicht weit sein. Er war vor einer Sekunde hier. Wieso sind denn die Kinder ständig weg? Jason. 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 Ganz schön, was ist los in der Einkaufspassage? Jason. Jason. Ja. Da ist der Clown. Ah ja. Was ist hier los? Können wir uns noch ein bisschen Mode angucken? Ja, ganz entspannt machen. Weil es Kinder sind. Ja. Ich wäre nicht so weit gekommen bei meiner Mutti. Da haben wir eben ein bisschen geträumt, ne? Das ist nicht die Schuld des Kindes. Das ist meine Schuld. Ich bin der Aufpasser hier. Oh nein. Da ist er doch. Jason. Du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte Dad, komm. Okay. Wir kaufen einen Ballon. Cool. Hey Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Äh, der Rote. Bitte schön. Jason. Das macht dann zwei Dollar, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Luftballon? Zwei Donner? Äh, habe ich Geld? Oder habe ich den Clown bestohlen? Hm? Ähm. Ja. Ja, Bruder. Ah, nice. Habe ich ihn jetzt trotz? Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Und wie voll es da ist, Mann. Einen Glück gibt es Online-Handel. Holy hell. War früher schon Albtraum als Kind. Schuhe kaufen mit Mutti. Jason. Der hat auch einen roten Luftballon. Wir werden ihn noch finden. Insofern er jetzt nicht in irgendeine Kanalisation von einem anderen Clown gezogen wird. Jason. Ist Jason hier drin? Jason. Wo soll er denn sein? Da ist was Rotes. Jason. Oh, Mann. So. Da ist er doch, der Rote. Ja, sorry. Echt? Jetzt ist er weg? Jason. Ah, komm, er war da eben hier. Jason. Jason. Oh, mein Gott. Was ist das denn hier? Eine Völkerwanderung. Jason. Ich habe ihn bereits verloren. Die Luftballons waren eine Pfalz. Hm. Wo ist er hin? Da drüben zum Essen? Oh, mein Gott. Wie halten Eltern sowas aus? Vermutlich einfach nach Hause gehen, Neues machen, ne? Das Kind lebt jetzt halt im Einkaufszentrum. Was soll's. Nee, ist er auch nicht. Jason. Können wir nicht irgendwo eine Durchsage machen? Dün, dünn. Jason mit dem roten Luftballon. Bitte beim Papa melden. Den roten Ballon, den ich gekauft habe, sollte er leicht zu sehen sein. Ja, dachte ich auch, aber... Da. Da ist er. Der Miese. Ich habe ihn. Ich sehe ihn. Er ist ein anderer, oder? Jason, mein Gott, hast du mich erschreckt. Da ist noch einer. Oh, mein Gott, Mann. Was ist das? Was für ein fucking Albtraum. Dö, dö, dö. Vielleicht kommt der weiße Hai. Oh, mein Gott. Junge, wie geil ist das krank? Sind wir auf Sylt, oder was? Da ist noch einer. Wird er jetzt überfahren? Nein. Scheiße. 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 Dead! Jason, nein! Ey, was? Was? Jason! Zum Fick. Oh, mein Gott, nein! Nein! Nein, Jason! Oh, mein Gott, nein! Nein! Oh, mein Gott, nein! Wow, was? Erst Merlin und jetzt das. Und wir sind noch dazwischen gesprungen. Als würde ich so eine Kugel abfangen wollen. Das war ja nur das Intro. Okay, das Tutorial war, wir verlieren ein Kind. Wow. Wow. So, war leider in der Tat zu fröhlich, das Intro. Oh, war leider in der Tat zu fröhlich, das Intro. Okay, weirder random Leute. Und ich weiß nicht. Amen. Die haben einfach ein Karussell auf ihrem Spielplatz. Junge. Diese neureiche Gegend. Holy fuck. Aber nicht schon Neidisch. Jetzt ist mein Bildschirm nass. Super. Zwei Jahre später. Oh man, dieser atmosphärische Wechsel einfach. Uff. Hey, Sean. Hey, Dad. Scheiße, Mann. Wie steckt man sowas weg als Familie? Gar nicht. Einfach gar nicht, Mann. Regen. Na, Sportsfreund? Wie war die Schule? Oh, Papa hat vergessen, wie man Auto fährt, aber jetzt weiß ich es wieder. Ist mir gerade doch eingefallen. Ich schätze mal, links ist Aussteigen, oder? Oh, das ist Angurten. Oh, gut, dass ich nochmal gecheckt habe. Oha. Junge. Scheiß die Wand an. Ich hoffe, ich muss nicht Auto fahren. Sonst gibt es gleich die nächsten Tragödien. Das würde ich gerne vermeiden. Atmosphäre konnten sie da auch schon, ne? Da brauchen wir gar kein Fancy Detroit. Krass. Das waren die Credits, weil ich das Kind nicht gerettet habe. Ja, Game vorbei. Scheiße. Ich sitze im Auto. E-Game over. Bleibt jetzt beim Black Screen. Das war Heavy Rain, Leute. Hat stark geregnet. Das muss reichen. Ich hoffe, es ist nicht wirklich abgeschmiert und es geht gleich weiter. Klar, wir wissen, die Konsolenimporte machen manchmal merkwürdige Sachen und dieser Black Screen ist gerade viel zu lang. Oh nein. Oh nein. Wirklich nein. Ah. Ehre. War etwas länger die Fahrt. Oh, was ist denn hier passiert? Okay. Hm. 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 Vermutlich haben wir es nicht mehr ertragen in dem alten Haus. Zu viele Erinnerungen, die Geschichten. Ich hoffe, Mutti geht's gut. Was haben wir hier? Fotos. Ein Brief. Gucken wir rein. Ah. Mal sehen. Ah, scheiße, kein Geld drin. Stattdessen. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Junge, wie unheimlich. Was? Äh. Willkommen zu Top Ten Briefe, die man nicht bekommen will. Heute im Galileo Special. Mystisch. Was geht hier noch? Will ich rausgehen? Ja. Schon etwas andere Gegend, ne? Etwas anderes Bild. Aber... Ich glaube, ich will wieder rein. Dieser klassische Briefkasten mit diesem roten Fähnchen dran. Herrlich. Snack? Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon. Ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Ja. Kriegen wir hin. Wie war die Schule? Wie läuft's in der Schule? Ist ein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Oh, er hat so keinen Bock auf mich, ne? Aber er hat Schuhe auf dem Sofa. Wild. Was haben wir noch? Keine Hausaufgaben? Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Ah, Grace? Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Oh. Oh, oh. Okay. Ich hab den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Die Ur. Ur, Ur. Oh, das werde ich bestimmt verkacken alles. Oh nein. Da kann er mich hinsetzen. Wir wollten ja erstmal wegen Essen gucken. Das ist quasi unsere neue Junggesellenbude. Was haben wir denn da? Was ist das? Irgendein Müsli-Riegel. Aha. Und oben sind Chips. Ja, die Chips feiert er safe, oder? Wir sind ja der coole Dad. So. Wir sind ja der coole Dad. Wir haben alle Tanzmoves von Highschool Musical drauf. Wir kennen alle Abkürzungen so. LOL, Laughing Out Loud, WTF, Why the Face und den ganzen Bums. Ja, kennen wir in- und auswendig. Hier schon. Was zu essen. Danke, Dad. Kein Ding. Rusty, hi. Das war eine weirde Scheiß-Situation, Mann. Was träumt ihr zu chillen, Partner? Sehr gut. Und das sieht nach gutem TV-Programm aus. Ja, dieser riesige sprechende Kühlschrank, der sich ins Meer stürzt. Kann man machen. Ja, das war Essen. Der Zeitplan ist hier. Snack, Hausaufgaben, Essen, Bett. Okay. Das sollte ich hinkriegen, oder? Noch eine Uhr. Wir brauchen noch mehr Uhren in diesem Haushalt. Ich will mich aber trotzdem umgucken. Das Kind freut sich doch, wenn es ein bisschen länger aufbleibt. Na klar. Oh, Junge, diese Veränderung zum anderen Haus, ne? Holy fuck. Der Garten. Schön zugewildert. Wieso kann ich denn keine Gedanken eigentlich haben, oder habe ich das schon verschissen zu dem Brief? Ist das ein normaler Brief, den man hier regelmäßig bekommt, oder was? Das erinnert mich an eine schöne Szene von Space Jam. Let's go! Oh! Das nicht. Das nicht. Ne, ne, komm. Das Glück auch nicht überstrapazieren, ne? Ich kaufe das Haus der Uhren. Ja, das war mal ein Uhrenmuseum. Darum züchte ich auch Uhrzeitkrebse, Leute, damit die mir immer Bescheid sagen, wenn die volle Stunde schlägt. Aber sag das nicht weiter, sonst verbreitet sich dieses Geschäftsmodell. Was war denn das jetzt? Ja, nicht vergessen, dass dein Kind niesen kann. Okay. Danke. Lagerraum. Kann ich Licht anmachen? So. Junge. Bäh! Was sind das für Flecken an der Wand? Will ich das wissen? Was haben wir denn hier? Waschmaschine? Ah ja. Was ist denn da drin? Ein Sack voll Mehl, oder was? Hier. Altes Plüschtier. Oh, das hätte ich vielleicht mit in die Waschmaschine stecken können, wa? Das ist aber jetzt nicht sehr sparsam hier. Oder besser gesagt zu sparsam für den Waschgang, oder? Naja, Licht wieder ausmachen, sonst muss ich mich als Vater selber anschreien. Du hast das Licht im Flur angelassen. Du bringst uns noch ins armen Haus. Aber das geht nicht. Wir sind Umweltsünder in diesem Haushalt. Der Strom bleibt an. Der Origami-Killer schlägt wieder zu. Aha. Siebtes Opfer identifiziert. Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise auf den Origami-Killer schließen lässt. Oh, deswegen dieses gefaltete Tierchen. Aha. Origami-Killer. Interessant. Mehr Zeitungen. Bad ohne Fenster. Kann ich auch Licht anmachen. Ich trau mich nicht im Dunkeln zu kacken, Leute. Er faltet seine Opfer, ja. Der kommt auf dich zu und sagt, ich falte dich richtig zusammen. Und wenn du dann sagst, versuch's doch, dann bist du platt. Dann bist du platt. Bro, wie sieht's aus mit Hausaufgaben jetzt eigentlich? John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Ne, jetzt. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir's aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helf dir. Ja. Ich helf dir, genau. Drei mal drei ist zehn und so. Du weißt, ne? Drei mal neun ist sieben. Und ich glaub, er will meine Hilfe nicht. Wieso nicht? Neil, wer wär meine Hilfe hier beim Mathe-Problem? Echt. Mein Sohn. Hast du das Licht grad angemacht? Weißt du, was das kostet? Voll drin in der Vaterrolle. Ja, und wieder kein Waschbecken auf dem Klo, ne? Muss man erstmal rüber, zack, in die Küche. Und da dann Hände waschen, Junge. Es mundet. So, wir helfen ihm jetzt. Pass auf. Wir sind der Nachhilfe-Boss. Zeig mal her hier. Wir gucken ganz genau hin. Schön den Stift. Ich hoffe, das ist so ein Stabilo-Move-Easy-Füllfederhalter. Das war der Real Shit. Hahaha. Aber er braucht meine Hilfe gar nicht. Kann das sein? Das schreibt da in seinem Buch. Junge, Arbeitshefte. Wann hatte ich denn so ein Arbeitsheft zuletzt in der Hand? Ja, in der Schule. Überraschung. Oder? Arturo, hi. Dann gehen wir wohl mal hoch. Oh, hier kann ich auch Licht anmachen. Oh, Licht am Fahrrad. Dann gehe ich hoch. Junge, da denke ich gleich wieder an Detroit, ne? Aber hier ist bestimmt kein kleines Mädchen oben im Zimmer. Wenn doch, dann habe ich einige Fragen. So. Das haben wir hier. Noch ein Bad. Aha. Und hier können wir kurz kacki machen. Oder auch nicht. Ja, wir müssen ein bisschen pinkeln hier. Jawohl. Junge, diese Fliesen und diese Tapete. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Ja, Dad muss erst mal pinkeln. So. Dann machen wir Licht im Bad an und dann gehen wir raus. So macht man das bei uns zu Hause. Mann, ich wollte mich umgucken, wie schnell bist du denn mit deinen Hausaufgaben fertig. Aber ja, Dad kommt wieder runter, bevor er sich in seinem eigenen Haus umschaut. So. Guck mal. Da sind wir wieder. Tudu. 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 Ja, da geduldig warten. Er ist gut erzogen. Hör mal. So. Da bin ich. Na? Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Nice. In der ersten Klasse musste man ja auch so Kreise malen und so, ne? Das O und die Null üben. Wilde Zeiten. Die erste Klasse. Finde ich klasse. Dann gehen wir nochmal hoch. Wir finden bestimmt noch irgendwas Cooles. So. Wir waren schon im Badezimmer, aber da war ich ja jetzt auch nur auf Toilette, ne? Dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Irgendwer hat hier Licht angelassen, wenn ich die erwische. Dann gebe ich es richtig aufs Maul. Dusche. Was geht hier? Ah, hier können wir jetzt Hände waschen. Imagine, du gehst unten auf Klo und musst dann nach oben zum Händewaschen. Oh mein Gott. Alle in diesem Haushalt hätten komplette Kacki-Griffel die ganze Zeit. Junge. Der Mann wie das Pokémon-Griffel, nur halt in braun. Was haben wir hier? Das ist das Kinderzimmer. Ah, da ist das Tipi, ja. Und die Bilder, tanzende Katzen. Was ist denn das da, Junge? Eine Giraffe. Giraffen auch so ein wiederholendes Motiv, ne? Was hat er da für ein Tier? Das ist so eine Art lebendiges Erbsenwesen. Nice. Und das dort? Oh nein. Echt? Er zeichnet den Unfall? Vielleicht sollte sich das ein Psychologe mal ansehen. Okay. Es regnet. Fenster auf, bisschen Luft rein. Ah ne, Fenster zu. Also Regenluft kann ja eigentlich ganz schön sein. Die Giraffe starrt in unsere Seele. Aber schön. Papa hat sich schon Mühe gegeben, hier ein schönes Zimmerchen einzurichten. Auch wenn es natürlich alles anders ist. Das ist mein Schlafzimmer. Okay, da haben wir wieder Mucke. Da haben wir den Wecker. Und was haben wir hier noch? Die Klamotten nehme ich an. Ganz schön dunkel hier. Hätte mal einer Licht angemacht, ne? Aber nee, nee. Das gruselige Kuscheltier. Dö, dö, dö. Es ist überall. So. Kurz mal hinsetzen. Bisschen nachdenken übers Leben, ne? Und dann feststellen. Ach ja, wir haben ja ein Kind unten sitzen. Hoppala. Das sind wir wieder. Hier kann ich auch zumachen. Oh, doch nicht. Doch, ich will. Na, na mal. Die komische Bewegung wieder. Warte. Rübergucken. So. Und jetzt den Bogen. Ja. Diese verdammten Controller-Importe hier. Aber bin ja selber schuld. Können es ja mit Controller spielen. Kann ich es jetzt auch wieder hoch machen? Oder was ist das für ein Symbol jetzt? Das ist ja auch eine tolle Beschäftigung, ne? Papa, kannst du mir helfen? Nee, du, Papa ist gerade schwer beschäftigt. Schau mal. Papa muss hier gerade wichtige Experimente durchführen. Und da verbitte ich es mir, gestört zu werden. So. Zu den Bums. Ausgezeichnet. Hier ist noch eine Lampe. Ja gut. Schön. Schön im Rahmen der Möglichkeiten. Was haben wir hier denn dann noch? Das ist eine Gerümpelkammer. Ah ja. Da haben wir den Grund für die Architekturbücher. Denn wir sind Bauzeichner oder so. Alles verstaubt. Da hatte er ja vorher schon Probleme mit, wie es schien. Oh, no. Oh, god. Oh, god. Äh, ich weiß nicht. Vielleicht ein Feuermann oder Astronaut? Ach, warte. Ich weiß. Ein Dinosaurierjäger. Ah. Ah, Ehre. Oh, shit, man. Toll. Sehr sympathisches Zimmer. Na ja. Dann schauen wir mal zu unserem Sohnemann, der bestimmt nicht unten eingepennt ist in der Zwischenzeit oder so. Und möglicherweise wird es dann Zeit fürs Bettchen. Na, Sportsfreund? Ins Bett gehen. Oder soll er später? Er ist glücklich vor dem Fernseher. Ich kann ihn noch eine Weile dalassen. Ja, es ist gut, wenn er das dann Mutti erzählt, dann kriegen wir halt Schelle, ne? Dürfen wir ihn nie wiedersehen. Oh Mann. Na ja. Was mache ich in der Zeit? Noch mehr Sachen angucken? Oh, im Kühlschrank haben wir noch nicht geschaut. Ist auch wichtig. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus als damals, ne? Sieht jetzt aus wie bei unserem Kühlschrank. Bierchen. Ja, wieso nicht? Plopp. So, rein damit. Nicht lang schnacken. Feierabendbier in Nacken. So. Wo ist Solle? Äh, noch mehr? Ja, ich stelle doch jetzt nicht das offene Bier zurück in den Kühlschrank. Oder? Was sind denn das für Sitten? Können wir jetzt bitte, bitte leersippen? Und Pfand gehört daneben. Echt? Jetzt muss ich jetzt... Irgendwie ist er doch gar nicht drin. Es wird doch schnell mal weginhaliert. Tornado hat er auch nicht gemacht. Ach. Kein TikTok-User. Alles geht vor die Hunde, Leute. Naja. So. Junge, wie sitzt du denn da? Was hat er denn gemacht in der Zwischenzeit? Aha. Reden. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Ja, haben Kinder bekanntlich mega Bock drauf ein bisschen reden. Let's go. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Ja, hör mal zu, Kollege. Wenn du so pampig bist, dann geht's ins Bett, ne? Dass wir uns da verstanden haben. Bücherwurm, hi. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Ja. In Ordnung. Das Bett kann noch ein bisschen warten. Hm? Aber sag bloß nichts zu deiner Mutter, okay? Aha. Naja. Tja. Dann enjoy mal den Fernsehabend. Kann ich wieder rausgehen? Nee. Jetzt ist draußen anscheinend keine Option mehr. Tür sieht auch sehr sicher aus. Tja. Ich glaube, hier oben hatten wir aber auch alles, ne? Kann ich noch mal pinkeln gehen nach dem Bier? Hahaha. Immer wenn mit Papa irgendwas los ist, ist er pinkeln, Junge. Diese Toilette ist die am meisten genutzte der ganzen Nachbarschaft. Ja. Das, obwohl ich hier alleine lebe. Sag mal, dafür hat es sich jetzt aber auch nicht gelohnt, pinkeln zu gehen. Mal ganz ehrlich. Was waren das jetzt? Die letzten drei Tropfen oder wie? Naja. Dusche. Sonst noch irgendwas übersehen. Der Rasierer liegt da wieder rum, ne? Ja. Unser bisschen Hab und Gut haben wir mitgenommen. Aber ich glaube, das hilft uns nicht. In uns regnet es gerade genauso wie auch draußen. Oh Mann. Junge, da unten ist ja auch so ein ganzer Haufen Plüschtiere. Schaut mal. Kann ich irgendwie die Kamera nochmal switchen? Oh mein Gott. Jo. So würde eine Ecke bei uns auch aussehen. Aber damit sie das nicht tut, haben wir tatsächlich, haben wir tatsächlich so ein Plüschtier-Netz. Und da hängen die jetzt alle drin, statt auf dem Boden rum zu guffeln. Ja. Ansonsten wird es bei uns auch in einigen Ecken so aussehen. Kann ich noch jonglieren? Kann ich Licht anmachen? Wirkt es noch ein bisschen gruseliger. Oh, das sind ja Fancy-Lampen. Das hätte ich auch gefeiert als Kind. Okay. Hat sich schon Mühe gegeben hier, ne? Das muss man ihm ja lassen an der Stelle. Ich habe nicht Hände gewaschen. Ja, naja, ich habe auch ohne Hände. Weißt du? Ich habe freihändig. Für die drei Tropfen. Da habe ich einfach hier den Schüttler gemacht, weißt du? Aber als No-Hander. Helikoptermann schlägt zurück. Mein Guter. Wie sieht es aus? Was machst du da? Ja. Ja. Er hat sicherlich Spaß mit dem Fernsehprogramm. Das bin einfach ich, wenn RTL läuft. Hey, willst du langsam ins Bettel? Jetzt oder? Nein? Lieber ein bisschen hin und her wälzen. Was macht er denn, Mann? Kinder und das Fernsehen, wa? So. Feierabend. Wie das duftet. Es ist Bettchenzeit. Na? Hm. Irgendwie. Hat er die Chips überhaupt angerührt? Die hat er extra gekocht. Hör mal. Mach ich noch Licht an. Wo waren sie gestern? Zwischen zwölf und mittags. Er schläft jetzt schon. Er schläft. Mann, ist es spät. Ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt. Ich habe zwei Sekunden mich umgedreht und das Licht angemacht. In der Zeit ist er einfach eingepinnt. Er kann hier nicht schlafen. Ich muss ihn ins Bett bringen. Ja, wir tragen ihn hoch. Komm, Kleiner. Vielleicht tut er auch nur so, damit ich ihn trage. Zeit fürs Bett. Auch immer schön. Früher. Als Kind. Spätabends im Kino gewesen mit den Eltern. Dann auf der Rückfahrt einbubunen. Und plötzlich im Bett aufwachen. Zauberei. Jetzt bloß nicht stolpern. Bloß nicht stolpern. Jo. Und hier drüben. Da sein Zimmer. Die Zeit verläuft im Spiel wohl sehr schnell, wenn du Aktionen durchführst. Ist fast Mitternacht sogar jetzt. Oh, ne, habe ich gerade nicht gesehen. Aber gut to know. Ja, im Prinzip, das kennen wir schon so ähnlich, ne? So, schlaf gut mit deinem Erbsenwesen. Oh. Was kommt denn jetzt noch? Schlafanzug anziehen, oder? Was mach ich da? Schon wieder Wrestling-Moves. Batista-Bomb. Doch nicht. Sehr gut. Noch zudecken vielleicht, oder so. Gute Nacht, Schmatzer. Irgendwie. So, guck er. Das wird doch... Ist aber eine richtig dicke Decke. Junge, ist ja wie so einlagiges Klopapier. Nices Dino-Poster auch. Da vorn. Regenbögen an der Tapete. Ach, sweet. Was für eine heile Welt, oder? Guna Guna. Bleibt ein bisschen offen. Na, dann gehe ich auch mal pennen, wa? Oh. 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 Oh, oh. Oh. Okay. Bin ich der Killer und jetzt wechselt meine Persönlichkeit? Oder war das Bier schlecht? Ja, kann auch sein. Das Letzte war schlecht, ne? Das ist echt so eine Figur. Ein Hundi. Okay, ich raffe jetzt den Zusammenhang aber so gar nicht. Ist das ein Traum? Bin ich zusammengebrochen? Das war kein Bier, ja. Aha. Carnaby Corner Nord. Aha. Cool. Hallo. Na? Können Sie bitte etwas näher kommen? Ich kann Ihre Wimpern noch nicht mit meinen berühren. Was war denn das jetzt? Ich darf nur was abgehen. Dienstag, 0 Uhr 6. Dann aussteigen. Ah, ich bin jetzt der Dude, der eben so nah dran war. Oh nein, und es leckt. Der Regen. Detroit ist zurück. Hoffentlich nur am Anfang. Es fängt sich, es fängt sich. Ah. Hier sind wir bei einem Hotel. Er hat sowas auch von einem alten Polizeiermittler wieder, oder? So mit diesem Code. Trenchcoat. Mhm, mhm. Junge, dieser Sessel sieht aus, die ich mich montags immer fühle. Ja, ich muss ihn noch mal kurz begrüßen hier mit meinem Fuß. Lauren Winter. Klingelst du da? Nein, er nicht. Cool, danke. Gedanken? Ich nehme lieber die Treppe. Das für ein Gedanke ist sehr abwegig. Ich suche seit Wochen. Hoffe, ich habe diesmal Erfolg. Okay. Er sucht. Er hat sich. Seit Wochen. Und er hat ihn gefunden. Den einzig wahren Sauerfang. Rico. Mit 20 dicken Abos. Mensch, das ist eine Begrüßung hier im Hotel, oder? Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das wird bei der Suche helfen. Bin ich sehr, sehr sicher. Dankeschön. Was kann ich noch machen hier? Ein Foto? Ah, die Lauren Winter. Aha. Dritter Stock. Letzte Tür auf der linken Seite. Am Ende des Flurs. Sehr gut. Das funktioniert zuverlässig, ne? War auch so eine Art Sub-Bomb. Wie ich hier direkt im Eingangsbereich gezündet habe. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Dann gucken wir mal hoch. Aha. Graffiti im Gebäude. Holy shit. Hallo. Ist das so ein sexy Motel hier? Soll ich einfach überall klopfen? Oh, machen wir ruhig. Komm. Erstmal beliebt machen hier. Aufmachen. Drogenfahndung. Nicht? Klappt sonst immerhin in den Games. Aber nein. Anscheinend hier diesmal nicht. Nun gut. Hier nochmal. Klopf, klopf. Das hört sich richtig gut an. Oh, gesunder Raucherhusten. Hallo. Geh doch. Wow, wow, wow. Wait. Warte, aber ich bin schon für Infos hier, oder? Ich kenne die Charaktere noch nicht. Hier kann alles passieren. Mann. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast zehn Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei. Okay? Das ist ja richtig romantisch hier. Ich checke erstmal den Kühlschrank. U.S.A. Und ein Hundefoto. Hundefoto ist gut. Pingelstreich. Kann ich das Geld? Ja. So. Zack. Scott Shelby. Auch Shelby ist ein gefährlicher Name. Big Blinders. Kann ich ihre Toilette benutzen? Aha. Jetzt nicht so auffälliges Fotowand. Eine Katze unten. Ein Katzenbild. Schön. Ich bin alles ein bisschen oldschool eingerichtet. Schön. Okay. Lauter Tiermuster überall. Du solltest dich ausziehen. Deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße. Ein Kopf. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Mhm. Mhm. Mein Name ist Scott Shelby. Privatdetektiv. Aha. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt. Mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Verständnisvoll. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Uh. Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot. Was ändert das noch? Du kannst andere retten. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Das war hart, Mann. Aber? Was wollen Sie wissen? Aha. Okay. Johnny. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Johnnys Vater? Zu Hause? Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Oh Mann. Ich kenne nicht eine Geschichte, die so dann gut ausgegangen ist. Wollen Sie... Ich habe aufgehört. Tapfer. Sein Vater verschwinden. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an dem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um fünf nach Hause. Heavy Rain. Nur er nicht. Verdacht? Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Ich hätte gerne noch mehr gefragt. Das war nicht wirklich hilfreich. Maybe. Können wir noch mal in unsere Gedanken schauen. Ich habe nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Tja. Ich lasse meine Karte auf dem Küchentisch. Das ist eine gute Idee. Es bringt nichts, Sie zu drängen. Sie sagt mir nichts mehr. Ich muss hier weg. Ja, und wenn ich nochmal zehn Minuten hole. Tja. Na gut. Dann stecke ich den Fuffi halt in Diablo Immortal. Hä, was habe ich hier noch? Kann ich mich auch hinsetzen, oder was? Ah ne, die Karte. Wenn Ihnen etwas einfällt. Irgendetwas. Rufen Sie an. Ja, ist cool gemacht mit dem Blickwinkel. Finde ich auch interessant. Zumal man den Charakter ja auch positionieren kann. Ich finde aber das ganze Ambiente hier so richtig strange. Imagine, du kommst hier wirklich her. Willst dir so ein bisschen, ne, Schäferstündchen gönnen. Und dann stehen hier am Fenster mit irgendwelchen Teddybären und Pinguine und irgendwelche traurigen Oktopusse. Und wenn du nach links schaust, ist da das Bild von ihrem Sohn. Und, naja. Okay. Man, irgendwie verständlich. Ist auch ihr Zimmerchen. Aber weiß ich nicht. Oh, naja, weiß ich nicht. Weiß ja auch nicht mehr mehr, wie man läuft hier. Oh Gott, ich habe alles vergessen, Leute. Ich wollte noch mal ins Badezimmer. Sehe ich das richtig, dass sie so einen Plüsch-Toiletten-Deckel hat? Junge, in solchen Plüsch-Deckeln ist doch auch der Schmand der Generationen einfach eingespeichert, oder? Heilige Scheiße, im wahrsten Sinne. Ne, mehr Optionen haben wir nicht. Naja. Daneben nicht. Vielleicht kommt sie ja jetzt nochmal auf uns zu. No, sie hat wirklich keinen Bock mehr. Geklopft habe ich auch schon überall. Pollenallergie. Ne? Ist das wirklich ein Asthma-Schock, oder was? Wow. Ich dachte, jetzt passiert dasselbe wie eben und wir sind in unserer weirden Trans-Dimension. Und das ist der Kunde. Kann ich jetzt nochmal belauschen? Wenn ich jetzt Aiden hätte, ne? Was zum... Das klang nicht gut. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Junge. Geht's prima, klar. Verpiss dich, Penner. Ah, ja. Ja, da muss ich rein, das ist ja wohl klar. Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Ja, komm doch. Ich reiß dir den Arsch auf. Sehe ich aus, als ob ich einfach umfalle, oder was, Junge? Ich bin verdammt leer. Ja, Pumms. Oh, das gute Glas. Oh, most epic anime fight. Ja, aber den haben wir gut im Griff. Troy, sie kennt ihn. Oh, das wird unschön. Oh, shit. Na, komm schon. Sie halten aber auch aus, beide hier. Halber Bosskampf. Tyrannisch verstärkt. Holy shit. Oh, Gott, die endlose Action. Weg jetzt mit dem Lump. Komm schon. Herr Detektiv. Ulti muss doch ready sein, langsam. Oh, der, oh, die sitzen. Ach, du Scheiße. Wir sehen uns noch, Arschloch. Das war merkwürdig. Geht's ihm gut? Besser als ihm. Wie ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig. Da hab ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Ja, gut, dass ich vorhin gesagt hätte, keine Sonderwünsche und so ein Shit, ne? Sonst hätte ich gedacht, das gehört vielleicht zu ihrem Programm, aber... Nee, klang nicht so. Erinnerungen halten. Sie die angezeigten Tasten, bis die Symbole verschwinden. Okay. Dieser Asthmaanfall, war das Zufall? Hatte der Dude eine Aura, eine Asthma-Aura? Weiß ich nicht. Jivi, sechster Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, äh... So, S, W, D. Ja. Okay, hab ich verstanden. Ist das nur so eine Art Ladebildschirm-Tippgrad, oder? Anscheinend. Okay. Dienstag, 8.05 Uhr. Es regnet. Oh, es ist Hunger. Oh, es ist Hunger. Oh, es ist Hunger. Oh, mein Gott. Wir werden nass. Ist Connor hier, oder? Das sieht nicht gut aus. Hi. Er macht paar Notizen im Trocknen. Hab ich schon Gedanken? Hab ich. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Ein paar Gedanken machen. Ich hab den Namen irgendwo. Blake. Lieutenant Carter Blake. Das ist er. Aha. Journalisten? Reporter. Jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Ah, Twitter-User. Kontrolle behalten. Gott. Meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen. Wenigstens für den Moment. Ja, das sah gar nicht gut aus. Es könnte wohl öfters in dem Spiel regnen, oder? Ja, bisher hält sich in Grenzen, ne? Hahaha. Hallo, Herr Officer. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden. FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. FBI. Muss ich jetzt wieder alle Taschen durchsuchen, oder weiß er, wo die ist? Nice. Okay. Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich hab ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Danke. FBI. Yo. Da können wir einmal durch. Nicht die alte Schule, ne? Gar keine Holobänder. Hahaha. Kann ich mich hier noch umgucken? Oder habe ich noch Gedanken? Nein. Hm. Habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas looten kann, oder irgendeinen wichtigen Hinweis noch finde. Müssen wir erstmal gucken, was überhaupt Phase ist. Naja. Oh, jetzt aber der Profi. Video Memo 1. Agent 47023. Norman Jaden. Dienstag, 4. Oktober 2011. Jo, was? 8.14 Uhr. Das ist ja sick. Aha. Oh mein Gott. What? Ich hab einfach jetzt Hexersinne. Zium. Gesundheit. Was zum Teufel? Was mach ich hier oben? Achso, dann nehm ich die wieder ab. Naja, das wollte ich eigentlich nicht. Nein, da hab ich alles weggefuckt. Hahaha. Warte, da möchte ich die rückgängig machen. Was zum Teufel, Mann. Ja, FBI-Agent. Man kennt ihn. Was haben wir hier? DNA-Spur. Aha. Horatio Kane. Ja. CSI Miami. Hoffentlich hab dann auch so ne geile Karre. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Kein Bezug. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Jo, ist denen anscheinend scheißegal. Da hinten. Danke. Ah ja, wie ich hier nachts mit so ner Sonnenbrille rumrenne, ist schon irgendwie anders weird. Finden wir denn noch was? Mal gucken. Vielleicht der hier drüben oder talk ich erst mit dem? Oh Gott, so viele Optionen. So viele Optionen, so wenig Zeit. Psssum. Ah. Üben auch nix. Psssum. Ich glaub, ich glaub, ich talk erst mal mit dem Kollegen. Bevor ich jetzt das ganze Feld irgendwie scanne. Vielleicht hat der ja noch einen vitalen Tipp. Oh. Riesenpfütze. Aber. Nichts Relevantes. Ich seh auch die Fußspuren hier, oder was? Wow. Okay. Das ist ja krass. Das ist schon echt cool gemacht. Heftig. Hier drüben war, glaub ich, auch noch was. Naja, hier liegt sogar irgendwas in der Luft. Was zum Teufel. Aha. Das führt zu ner anderen Spur, oder wie? Tatsächlich. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab. Aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Oh. Wow. Das ist ein vitaler Tipp, würd ich mal sagen. Pollen. Meine Endgegner. Das heißt, ihr müsst hier vielleicht dieser Pollenspur folgen. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. Dafür lauern da Pokémon. Na gut. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Zug. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Yo, was? Was kann man da denn alles noch rauslesen? Und das ohne dran zu lecken, ne? Krass. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ja, ist ja schon mal ein starker Hinweis. Dann wuse ich hier doch erstmal lang. Mal sehen. Vielleicht finden wir ja noch was anderes. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ich glaube, ich hätte doch erst mit dem Polizisten quatschen sollen. Aber wenn ich eine heiße Spur habe... Achso. Komm mal, Kollege. Da müssen wir die natürlich auch verfolgen, ne? Dachte ich zumindest. Ist der hier irgendwo rumgewuselt? Ne, ne? Scheint nicht so. Merkwürdig. Movements wieder on point. Ich glaube, da soll ich nicht weiter. Na gut. Dann könnten wir da jetzt noch mal schauen. Und... Das ist... IE-Eintrag. Blutspuren am Zaun hinter der Bahnlinie entdeckt. Mer Blut. Okay. Kann ich hoch? Schön bei Regen hier. Ja, so einen ranzigen Hang, Junge. Hm. Direkt voll hingeledert. Ach komm. Jetzt noch mal mit Gefühl hier bei Regen. Ja, schau mal. Reinhold Messner. Ausgezeichnet. Ja. Haben wir den Berg bezwingen können. Aber es geht noch weiter. Die Chance auf dem Witcher-Stream besteht. In naher Zukunft glaube ich nicht. Hab ich damals sehr aktiv gezockt. Kenne auch sehr, sehr viele Passagen. Sehr gut. Aber wenn das alles verblasst, vielleicht. Vielleicht bevor der neue Teil rauskommt oder so. Aber das ist natürlich noch mal ein anders großes Projekt, ja. Mal sehen, mal sehen. Joa. Autobahn. Autobahn. Mehr Spuren. Ausgezeichnet. Martin, hi. Könnte sein, dass sie vom Täter standen. Ja, wenn er da auch so hochgeklettert ist, ne. Dann ist so ein Profil ja schon mal ein Anfang. Das haben wir hier. Ein bisschen Atommüll ausgelaufen. Lass mal Hand rein. Bei Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Ah. Der Wagen des Mörders. Dass er hier geparkt hat und schnell abhauen konnte. Ah, denkbar. Scheint hier eine ordentliche Spur hinterlassen zu haben. Aber, hey Mann. Junge, miese Sau. Herrlich. Aber noch mehr scheint hier nicht zu gehen, wa? Sehe ich irgendwas ohne Brille? Hätten wir dann vielleicht noch was ganz anders auf? Ne, ne. Habe ich Gedanken? Ja. Die Leiche muss unter der Plane bei den Scheinwerfern sein. Vielleicht sollte ich mir die nochmal ansehen. Warum zum Teufel ist hier Blut? Vielleicht war er auch verletzt. Oder ist es nicht sein Blut, ne? Viel zu viele Menschen hier zertrampeln den ganzen Tatort. Das ist in der Tat merkwürdig. Als würde der Regen nicht schon genug kaputt machen. In der Nähe der Leiche sind Eisenbahnschienen. Genau wie bei den anderen Opfern. Das ist in der Tat merkwürdig. Hat die doch nicht aus dem Zug gezerrt, oder? Verkleidet wie so ein Dementor. Ich muss Lieutenant Carter Blake finden. Ja, machen wir ja gleich. Keine Panik. Wir gehen erstmal wieder runter. Möglichst ohne die nächste Leiche zu sein. Ja. Elegant, elegant. Und nochmal. Schön runtersurfen. Jo, 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 jo. Neu. Okay, und nochmal runter. Ich hoffe, ich muss nicht gleich wieder hoch. Dann wäre das ein bisschen Panne jetzt der Plan. Aber läuft. Axelie, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Dann gucken wir mal dahinter. Beziehungsweise könnten wir jetzt doch nochmal unseren Lieblingsmove hier bringen. Und zu der Leiche gucken. Unter der Plane beim Scheinwerfer. Das ist ja eh in Richtung Oh Gott, hier fahren wirklich Züge gerade. Möglicherweise ist das ja nicht ganz unsinnig dann über der Leiche nochmal zu schauen. Hier. Hey, Sie da. Was machen Sie? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll fünf Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. So, fahrt, Lieutenant. So, miese Baggerfahrer. Und, kommen Sie, Jaden? Na klar. Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um sechs gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Das ist ja richtig viel Wissen. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Was sagt die Pathologie? Seid ihr für eine Truppe? Auf dem Weg, Lieutenant. Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt, wie die anderen. Aha. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Ach so. Oh, ja, na dann. Nein, nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefurtzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als sechs Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Ja, wenn er irgendwann mal ankommt, ja. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem. Ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Ja, habe ich ja nicht schon Lul. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Ja, ja. Wir sind doch jetzt ein Team. Was war denn diese Geste, Mann? Ja, ultimativ unangenehm. Schönes sei. Wichtig ist, dass der Kaffeetisch beleuchtet ist. Ja, ganz genau. Der steht hier im Rampenlicht. Habe schon einiges gefunden. Sauwetter, regnet es hier immer so? Oh, die Jacke. Im Herbst schon. War Ihnen zu Hause etwa nicht? Schmutz. Doch, klar. Wann fand man die Leiche? Entschuldigung, aber ganz schön kalt, hä? Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskalle, hinter Ihnen. Nur zu. Du musst jetzt aber auch rumeiern, sehr kalt, Männer. Ja, wenn da doch nur irgendwas helfen könnte. Schön Käffchen. Stehen wir auch mal im Rampenlicht. Mh, Schmegelassel. Die eine Kanne haben die hier für die ganzen Teams. Na gut. Melden Sie sich, wenn Sie was finden. Habe ich ja eigentlich schon, ne? Kann ich nochmal zu der Leiche gucken vielleicht? Erstmal wieder hier. Equip wechseln. Oh, der Big Boss. Er war nie weg. Und da in der Richtung habe ich ja auch noch nicht geschaut, ne? Wir waren jetzt oben zur Autobahn hin. Aber hier vorn bilde ich mir einen. Haben wir noch nichts weiter gesehen. Sind aber auch wirklich viele Polizisten. Mann, da kann die Hilfe doch Feierabend machen. Ganz ehrlich. Bringt doch nichts, wenn die hier rumflitzen. Oh, guck mal da. Was haben wir denn hier? AI-Eintrag. Unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. Ja, super. Das ist richtig gute Polizeiarbeit, Leute. Jetzt noch mal in Ruhe. AI-Eintrag. Das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Das ist ja merkwürdig. Oh, damn. Okay, warte, diesen hier. Ah ja. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das ist ja seine Signatur. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit fünf Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Pennsylvania. Okay. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Aha. Wisst ihr, warum das so heißt eigentlich, Pennsylvania? Weil damals dem, der die Stadt gegründet hat, ein Bleistift geklaut wurde. Und dann hat der Dieb gesagt, ja, jetzt hast du einen Pennsylvania. Was haben wir da oben noch? A und D? Achso, zum Umgucken. Da ist noch was. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. Mit dem am Zaun. Und dort? Sein Gesicht ist voller Schlamm. Wie bei den anderen Opfern. Der tut richtig weh. Hallo? Frecher jetzt. Große Comedy-Kunst hier heute vom FBI. Ich glaube, wir haben alles. Ich weh mein Abo zurück. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Ja, das denke ich auch. Ja, denn können wir jetzt noch mal mit dem Oberkollegen quatschen oder nach Hause gehen. Vielleicht machen wir auch einfach Feierabend. Ich glaube, wir sind mittlerweile durch Nester, als wenn wir irgendwie ins Schwimmbad gefahren wären. Noch mehr Regen geht ja fast nicht. Oder doch. Wäre auch krass, wenn der Regen immer weiter zunimmt. Wenn die Morde auch mit dem Regen zu tun haben. Oh, vor allem, vor allem, nur um das nochmal festzuhalten, haben wir hier eine Pollenspur, die von der Leiche wegführt, zum möglicherweise Täterfahrzeugen. Und ich habe noch den Gag gebracht bei dem Alligator. Ja, bei dem Inhalator von wegen Pollenallergie. Also hing der Dude im Motel doch mit dem Mörder zusammen. Wow. Okay. Krass, als Asthmatiker sollte man immer seinen Alligator dabei haben, falls man einen Anfall hat. Ganz wichtig. Was geht hier drüben? Hello? Können wir ja auch noch quatschen. Nee, ne? Zeugen befragt oder so. Mhm. Äh, nö. Das ist der Typ, der Mörder ist. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach, oder? Wir werden schon irgendwie zusammenhängen. Es muss ja eine Connection geben. auch zwischen den Charakter-Stories, wie wir es kennen. Aber dass er das war, glaube ich, glaube ich noch nicht. Kann ich hier, äh, auch mit durch? Hallo? Ich wäre auch nach Hause. Danke. Mutti, ich komme nicht durch die Absperrung durch und mein Mantel ist dreckig. So, und wieder durch. Nee, nee. Ich finde, wir haben hier verdammt gute Arbeit geleistet. Sonst noch irgendwelche Easter Eggs? Irgendwas zum sabbeln? Anscheinend nicht. Na denn? Rein in die gute Karre. Nach Hause. Boah, Junge, dieser Mante, hätten wir da nicht wenigstens mal ein bisschen irgendwie den Ausziehen zusammenlegen können? Anscheinend nicht. Wir genießen lieber den Regen. Aber diesmal war es wirklich Aussteigen und nicht Gord anlegen. Super, ja. Und nochmal abschließen, genau. Und jetzt machen wir ihn wieder auf. Die werden sich auch denken, hier, der FBI-Agent, der kommt wieder nicht, klar. Auf sein ganzes Leben. Nun gut, dann, äh, einmal diesen hier. Na, fahren, hi. Ich bin Werner, ich bin nach Hause, ja. Wir müssen bei Röhrig auf dem Madde stehen. Nee, Ecker, die Räder müssen auf den Asphalt drehen. Der Profi-Agent hat ausgebalkt. Krass. Sehr, sehr düster alles. Das Flackern der Sirenen, die Suchelampen, die wenigen Lichter, die die Nacht durchbrechen. Stark. Sie haben einen neuen Bonus freigestaltet. Habe ich jetzt so ein Skin? Oder so ein Bonus, wie alle Charaktere haben große Köpfe? Dienstag, 13 Uhr. Fledermaus, Insekt, Schmetterling. Boah. Ein Insekt. Wolf, Ratte, Fuchs, Wolf. Ein Wolfskopf. Eine Krabbe, würde ich sagen. Ja. Ein Krebs. Blut, Tod, Schatten. Ja, ich sehe die Sensen. Ich denke, Tod. 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 Aha. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld herangeben. Eason. Wie geht es Sean? Enttäuscht, distanziert, ja. Er ist ein sehr einzigängerischer Junge, wissen Sie? Sehr auf sich bezogen. Er steht seiner Mutter sehr nahe. Bei mir ist das anders. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Betäubt finde ich ja stark. Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ja, können wir über diesen Traum reden? Schizophrenie. Blackouts, ja. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen sechs Monate im Koma. Oh. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. What? Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Holy fuck. Was ist das überhaupt für ein Raum? Hier sind wir in der Kirche? Damn. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ja. Nachvollziehbar. Ja, er sitzt aber auch wie so ein James-Bond-Bösewicht, oder? Mit dem Ring noch dazu. Fehlt nur die Katze so auf den Schoß. Valentin, gute Nacht. Okay. Tolle Sitzung. 16.10 Uhr. Der Spielplatz. Willst du auch nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Ist irgendetwas schon? Nein. Mir geht's gut. Was das mit so einem Kind macht, will ich mir auch gar nicht vorstellen. Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Oh. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du was essen? Er hat nicht so Bock. Gedanken? Früher liebte es, früher liebte es, Sean in den Park zu gehen, zu lachen und Unsinn zu machen. Er war so glücklich. Aber das war vorher. Vor Jason. Mhm. Wir reden nicht miteinander. Scheint, als ob wir uns voneinander entfernen. Er sitzt auch schon so auseinander, ja. Sean sieht traurig aus. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht. Armer Sean. Er muss wegen mir Ärger in der Schule gehabt haben. Was mache ich, um ihn aufzuhaltern? Was mache ich? Bumerang? Schaukeln? Schaukeln ist ja eigentlich immer super. Vielleicht hat er Lust zu schaukeln? Früher hat Sean die Wippe geliebt. Früher. Er hatte einen Bumerang in der Tasche. Ich konnte früher ganz gut damit umgehen. Oh, das ist auch eine coole Idee. Vielleicht eine Fahrt im Drehkarussell? Ja, Bumerang klingt auch aber cool. Wie wär's denn damit? Aber schaukeln würde ich mir auch heute noch gönnen. Auch wenn das Gerüst dann zusammenbricht. Das muss das Gerüst abkönnen. Ich würd gern an deinen Rucksack, mein Junge. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt er nie zurück. Kann ich mal probieren? Ja, dir fehlt der richtige Song, mein Sohn. Pass auf. Wie ein Boom, 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 Bumerang. Ja. Komm ich immer wieder bei dir anschauen. Oh. Das war trotzdem super. Komm doch zurück. Okay, nochmal. Ich hab nicht mit genug Elan gesungen. Verdammt. Ich wusste, es gibt eine Falle. Okay, nochmal jetzt. Achtung. Und? Aber es war trotzdem krass, dass der zurückkommt, Junge. Wird's bei mir auch schon scheitern? Ganz ehrlich. Nächste Gehirner-Schütterung. Ja, Kopf ab direkt. Nice. Ja, und wollen wir ihn jetzt nicht auch mal werfen lassen? Nicht? Ich mach einfach immer weiter, Junge. Ich flexe ein bisschen. Bis der ganze Park zuschaut. Wenn der Bumerang-Meister... Oh, jetzt Blackout? Nein. Bitte nicht. Komm schon. Hey, are you not entertained? Das ist doch schön. Ich kenn kein Kind, das früher einen Bumerang hatte, aber gut. Wir sind ja auch die etwas andere Familie. Was mach ich denn hier jetzt? Hochziehen, oder nicht? Ja. Dachte ich zumindest. Klicken. Hochziehen. Wieso geht's denn nicht? Es geht jemand nur... Jetzt? Okay. Ah, nein. Warte. Nochmal. Hoch. So. Ja. Klicken. Und? Wirrwien. Sehr gut. Ja. Oh, Vorsicht. Oh, Junge. Geschafft. Geschafft. Ja, wo war das... Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer. Das Werfen war der Krampf. Oh Gott. Ich hatte einen, er kam nie zurück. Andere Kinder haben den jetzt. Nice. Er ist happy. Auch wenn Papa beim Erfen helfen mies verkackt hat. Weil er nicht weiß, wo oben und unten ist. Schön. Das war doch super. Wollen wir noch was machen? Oder wollen wir quatschen? Hast du Bock auf die Wippe, Bro? Wir beide? Gegen den Rest der Welt? Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Er hat sogar einen gebastelt im Werkunterricht. Krass. Er hat immer nur so Buchstützen und so langweiligen Bums gebastelt. So, Wippen. Kann ja jetzt nicht so schwer sein. Oh, sorry. Erstmal ein paar Kinder umrennen. So. Jetzt komm ich. Komm, Dad. Lass mich fliegen. Jetzt kommt nur so ein Super-Mario-Sound und dann fliegt er da hinten gegen die Brücke. Ja. Geh mal weiter. Oh, oh. Ne, völlig übertreiben. Jetzt kracht die mir gleich in die Eier, ja. Vorsicht. Nice. Wir haben früher bei so einer Wippe auch mal übertrieben. Oh, und dann sind ich und mein Kumpel wirklich so ein Stück hoch geflogen. Und mit dem Hals bin ich auf diese Halterung für die Hände geknallt. Das war gar nicht mal so lustig. Da dachte ich auch, jetzt ist vorbei, Allah. Jetzt bin ich dead. War halt nur Schock. War jetzt nicht so schlimm, ne. Aber bin da halt so schön mit dem Kehlkopf gegen und dann von der Wippe runter. Es gab schönere Tage auf dem Spielplatz, ja. Was haben wir noch gehabt? Das tut doch weh. Ja, das wusste ich hinterher dann auch. Aber da war es zu spät. Verdammt. Karussell. Was hatten wir denn noch? Schaukel war eine Option. Hat der Bock auf das Karussell? Ich sehe ihn eher beim Schaukeln, wenn ich ehrlich bin. Das erklärt vieles, vor allem die tiefe Stimme. Damals fing alles an. Dö, dö, dö. Ich hab dann mit 5 schon so gesprochen, weißt du? Leute, mein Hals tut auf einmal weh. Weiß ich, was da los ist. Okay. Schaukelei. Und loslassen. Früher haben wir immer versucht... Oh, sorry. Upsi. Du schubst dich ja gar nicht an. Ja, ich hab verkackt. Sorry. Früher haben wir natürlich immer versucht, Überschlag zu machen oder haben versucht, vom höchsten Punkt der Schaukel runterzuspringen. Das waren so die coolen Kids. Los, Dad. So schnell wie du kannst. Ja, ich mach ja schon. Ich gebe alles. Nice. Blackface, vielen Dank. 31 Monate. Dankeschön. So, guck er. Dieser etwas andere Stimmenbruch war das dann im wahrsten Sinne, ja. So, guck er. Wenn demnächst einer fragt, wie er eine tiefere Stimme bekommt, sei auch, Bruder. Such dir einen Spielplatz mit einer Wippe. Und gönn dir reichlich, ja. Das muss dann reichen als Guide. Das war cool. Ja, Mann. Gehen? Ne, ich will doch zum Karussell gucken. Vielleicht hat er da ja Bock drauf. Er war ja bisher... Oh, kurz verlernt, wie man läuft. Er war ja bisher ganz begeistert eigentlich von allem, ja. Karussell. Muss ich da erst ein Ticket kaufen für, oder was? Hier steht so ein Dude in einem Häuschen. Nö. Okay, äh, Karussell scheidet aus. Vielleicht hatten wir auch nicht Zeit für alles, könnte sein. Dann ist das so. Ich finde, wir hatten einen schönen Tag. Was ist denn mit dem da, bitte? Was ist denn deine Mission, Kollege? Süßigkeiten. Ein Päckchen, äh, Kaugummi mit Erdbeergeschmack, bitte. Aha. Danke. Zehn Euro. Jo, kein Ding. Fünf Bonbons, zehn Euro. Let's go. Oh, wo ist mein Kind jetzt? Äh, stand er nicht hier? Scheiße. Äh, schon. Oh, bist du hin? Bist du wieder zur Bank gegangen? Ja. Ehre. Sehr gut. Äh, setzen. Hey, ich hab ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Oh. Ähm. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. Na gut. Wer mag denn keine Erdbeeren? Geht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Ja, verdammt viele Leute. Ich weiß, aber warum denn er? Wieso? Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Oh Mann. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Ich auch. Tja, was sagt man da? Gehen wir einfach im Regen? Solange du jetzt keinen roten Ballon kaufen möchtest, ist das alles okay. Da steht DJ Ötzi. Schau mal. Dem geht's gut. Oh, ich hab ihn schon wieder verloren. Nein, da ist er. Sehr gut. Hey Dad. Kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Natürlich darfst du. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Ich hol die Karte. Und wo arbeitest du? Ja, in diesem weirden Häuschen für das Karussell auf dem Skilplatz. Einmal. Ein Dollar. Bitteschön. Kann ich auch mit Erdbeer-Kaugummis bezahlen? Nein. Na gut. Wo ist er denn? Da sitzt er doch. Ey. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das hat sogar ein bisschen Musik so ganz leise. Da, 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 da. Tanz den Schwamm, Schwamm. Tanz den Schwamm. Oh, das ist kein guter Moment. Ich weiß noch nicht, wodurch das getriggert wird. Das ist willkürlich safe nicht. Oder, oh Gott, Mann, ich hab mich grad am Bein gekratzt. Das war ein schlechter Moment. Oh, wir sind diesmal West. Eben waren wir Nord. Jetzt sind wir West. Ja, am Bein. Sehr weit oben, zweckischer Lord. Oh, schön. Das kenn ich doch irgendwoher. Oh, wie schnell ich flitze, Junge. Der Spielplatz. Ist das jetzt noch der Traum? Ja. Jetzt finden wir hier bestimmt eine Origami-Figur oder so einen Scheiß. Da steht der Rucksack. Ah. Sehr merkwürdig. Gedanken. Oh, da sind sie. Ins Haus. Er ist sicher zurück ins Haus gegangen. Kann sein. Es ist Nacht. Unmöglich. Ich hab erst vor einer Sekunde die Augen zugemacht. Nein. Ich glaube es nicht. Ich kann doch nicht. Schon. Schon. Ich muss ihn finden. Wo soll er denn sein? Er ist nicht hier. Wenn er in seiner Tasche da so random steht. Fernseher? Nein. Küche, Garten vermutlich. Auch er nicht, oder? Bisschen Basketball spielen im Regen. Ich schätze nein. Oben im Bett. Was für ein Scheiß, Traum, Mann. Manchmal mache ich auch so Träume, die von meinem Bett ausgehen. Und dann wache ich auf und komme gar nicht klar, Mann. Weil dieser Übergang dann nicht so einen Break hat, wie du fällst irgendwo runter und wachst dann so auf mit so einer Fallbewegung. Sondern, machst die Augen auf und liegst genauso im Bett, dann denke ich auch immer, wait, the fuck? Das ist ja ähnlich schlimm hier gerade. Schein! 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 Aber wir stehen wieder auf dem Spielplatz, oder? Oder kriegen wir direkt einen Break? Neuer Bonus. Wir kriegen direkt da einen Cut. Na gut. War halt auch wieder zu schön, dieser Familienausflug, ne? Das geht natürlich überhaupt nicht. Da muss es auch direkt einen Ausgleich geben, Leute. Oh, oh, oh. Na gut. Das war Heavy Rain, Leute. Ja, wir sind jetzt in diesem Traum gefangen. Mann, äh. Tja. Aber jetzt geht's so erstmal weiter mit unseren Freunden vom FBI. Die Ladebildschirme sind tatsächlich sehr lang. Wollten sie ein bisschen flexen mit den Animationen. Ja, schaut mal, die Bartstoppel, Leute. Mh. Es schmeckt. Oder ich muss einfach doller klicken. Dienstag, 19.55 Uhr. Was ist denn das MM überhaupt? Bin ich zu blöd, um das einzuordnen? Steht ja mal unter der Uhrzeit, ne? Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ein bisschen ARI-Zeit wäre jetzt nicht schlecht. Ich muss Captain Perry treffen. Befehl ist Befehl. Ich hasse diese interne Politik-Scheiße. Captain Baloo. Erstmal die Formalitäten. Dann kann ich die richtige Arbeit erledigen. Ist mir langweilig. Ich hasse es, nichts zu tun zu haben. Naja, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Naja, erstmal Brille auf. Scannen wir mal ein bisschen rum hier, wa? So. Und der Handschuh. Wir sind nämlich auch Pferdearzt. Wow, was? Junge. Okay. Das ist heftig. Die denken auch, ich bin total wahnsinnig geworden jetzt. Scheiße. Ja. Das geht jetzt drei Stunden so, Leute. Ich kann die Zeit auch andersrum kriegen, oder? Halbe Stunde Ball spielen jetzt. Wenn ich fallen lasse, muss ich von vorne anfangen. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Oh, Captain. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Aha. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Echt jetzt? Ich glaube schon. Was? Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killerfall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Peter lässt Plumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Gar nicht weird. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Hm. Nicht schlecht. Küss mich. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Dann nicht. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Ja, würde mich schon interessieren, wie das auf der Konferenz so aussieht. Dann gehen wir da doch hin. Wo geht er denn lang? Da. Ja, geben wir gleich mit. Wenn ich denn kann. Da ist irgendein Stadtplan. Aha. So richtig klassisches Polizeirevier, ne? Schön die Tische dicht an dicht hier. Da geht er jetzt ran. Kann ich das von hier belauschen, oder? Die Leiche von Jeremy Bowles wurde heute Morgen in einer abgelegenen Gegend im East End etwa um halb sieben gefunden. Fünf Tage nach dem Eingang der Vermisst-Meldung. Die Autopsie findet morgen statt, um die Todesbrünnachung festzustellen. Erste Anzeichen deuten auf Tod, vermutlich durch Ertrinken hin. Der Zustand der Leiche weist auf die Handschrift des Origami-Killers hin. Die Ermittlungen werden das in den nächsten Tagen bestätigen. Die Polizei arbeitet rund um die Uhr, um den Täter schnellstmöglich zu stellen. Ihre Fragen bitte. Ja. Sie sagten, die Handschrift würde auf den Origami-Killer hinweisen. Was heißt das genau? Es lag eine Origami-Figur in der Hand des Opfers und eine Orchidee auf seiner Brust. Das Gesicht war voll schlamm, aber es gab keine sichtbaren Zeichen von Gewalt. Bitte? Der Zodiac-Killer wurde nie identifiziert. Könnte das auch beim Origami-Killer passieren? Das halte ich für unwahrscheinlich. Im Moment hält der Mörder sich für unbesiegbar, aber letztendlich wird er Fehler machen und dann haben wir ihn. Ja? Ein Junge noch etwas leiser reden, bitte. Nein. Er hat noch keinen Kontakt hergestellt. Wir haben nur die Mörder, die etwas über sein Motiv aussagen. Ja. Weiter, bitte. Okay. Ich denke... Achso, durch die Steinmauer höre ich sie besser. Verstehe. Ich denke, wir haben einen interessanten Einblick bekommen, wie das so läuft. Und welchen Fragen er sich da stellen darf. Während ich gegen den Kopierer renne. Dann gehen wir wohl mal rüber. Und gucken, wie das bei unserem Büro aussieht. Bevor wir uns hier weiter umschauen. Lerenheld, hi. MM ist ja Niederschlag. Oh, wow. In Millimeter auf ein Quadratmeter. Oh, wow. Es hat wirklich mit dem Regen zu tun. Krass. Dankeschön. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Okay, warum nicht? Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Da komme ich mit. Jell-Up da auf 4%. Ja, nice. Das wird doch... Das ist mein Büro. Schön am... Junge, was? Darf ich das als Beleidigung werten? Sie sollen hier erst mal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ja, äh, ich brauche ein neues Büro. Nein. Toll, will ich wissen, wie es hier riecht? Also, das ist ja wirklich... Okay, Zeit zu arbeiten. Da oben ist sogar ein Spinnennetz. Oh, bei den Büchern auch. Das sind so Bilder, die kommen, wenn man bei Google Schimmel sucht. Dann kommt dieses Büro, Junge. Ah, damn. Naja. Ich kann mich hinsetzen. Kann mich auch umgucken. Nee. Irgendwelche alten Wanted-Poster. Schön verranzt, ne? Fenster auch. Ja. Ah, schlimm. Schlimm. Schlimm, schlimm. Ja. Junge, der Stuhl auch. Das ist wie, wenn man so einen bunten Sitz in einem Bus mal mit der Hand schön abklopft und einem die Fürze der Jahrtausende in die Nase steigen. Äh. Ja, Telefon auch weg. Oder alles, komm. Schlimm. Immerhin haben wir einen Kleiderbügel. Das mache ich jetzt. Verschieben. Aha. Schön. Ah, ist das eklig. Was soll denn sowas, Junge? Boah. Boah. Du, 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 du. Vielleicht finden wir hier was. Vielleicht wurde hier auch einer ermordet. Schritt 1. Das Büro wechseln. Hahaha. Ich glaube, hier wurde die Hygiene ermordet. Große Opfer wurden gefordert. Ein Blatt. Okay, ich kann aber auch switchen. Wie das zur Seite? Ah ja, was ist das? Eine Welle? Und eine Wolke? Und Planeten? Was? Ich möchte gern die Welle öffnen. Wow. Okay, ich bin in einem Aquarium. Wie cool ist das denn gemacht? Was? Okay. Und hier bin ich dann im Himmel? Fast. Na, Grant. Ich glaube, das hat, als das Game rauskam, noch ein bisschen mehr gebrettert, ne? Aber, wie cool. Wie cool auch jetzt noch. Die Wüste. Auf dem Mars. Jupiter, was auch immer. Hey, und ich an meinem Schreibtisch. Schönen guten Tag. So wird es sein, wenn die ersten Deutschen zum Mars fliegen. Erstmal Schreibtisch hin. Ja, Beamten hinsetzen. Hallo, haben sie alle nötigen Dokumente? Haben sie ihren Marsausweis schon beantragt? Und Blätter? Ach ja. Entspannt. Aber bei diesen Kamerafalten in VR hätte ich jetzt, glaube ich, schon gereiert mittlerweile. Das ist ja... Jawohl. Schön. Ja. Das war eigentlich ganz nett, oder? Alle entfernen. Ja, wirklich wie bei diesen Holodesks so in CSI, ne? Wenn die das so aufbauen, dann alles hin und her schieben. Hinweise. Junge. Tire Tracks. Das sind die Reifenspuren, ne? Analysieren. Tyron Brand. Okay. Geo-Analyse. Keine Daten. Wie cool ist das gemacht? Was? Und wie cool wäre das jetzt wirklich mit VR? Und eben hin und her schieben so von den Karten. Das ist ja mega geil. Wow. Was ist das? Die Orchidee. Aha. Hm. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Wow, dieses... Das hilft nicht viel. Okay. Geo-Analyse. Oh. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Ja. Die gibt es in jedem Blumenladen. Das hilft leider nicht bei der Eingrenzung. Okay. Und wir haben die Origami-Figur. Papier. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hm. Hilft nicht gerade viel. Geo-Analyse. Wo haben wir Origami-Figuren? Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Es gibt Origami-Geschäfte. Jetzt verkaufen die besonderes Papier. Anleitungen. Okay. Weg damit. Was haben wir noch? Die Akten. Ey, wow. Wie geil ist das denn, Mann? Komme ich gar nicht drauf klar. Öffnen. Die Opfer. Ja, beide. Acht Opfer in den letzten drei Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen neun und dreizehn. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach drei bis fünf Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Okay, darum ist es maybe wichtig, wie viel es regnet, weil es genug regnen muss, dass sie dann auch ertrinken können in irgendeiner Pfütze. Das ist der Bezug zu Heavy Rain und diesen Niederschlagswerten. Denke ich an Geounterricht und Klimadiagramme auswerten. Hm. Ein Spaß für alle. Geo-Analyse. Okay. Der Kille hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Hm. Was das Geo-Profiling nicht einfacher macht. Und ich konnte jetzt auch keine Gemeinsamkeit der Kinder erkennen, ne? Kein rassistisches Motiv oder, was weiß ich, alle dieselbe Frisur oder so ein Bums, ne? Auch nicht. Hm. Okay. Und die Vorgehensweise aufmachen. Jetzt. Das gleiche Ritual. Ich sag mal so, ist jetzt nicht die geilste Statistik für uns. Na gut. Na gut. Umgebung, Karte. Achso. Das ist jetzt nochmal der Radius. Okay. Und Umgebung kann ich jetzt höchstens nochmal wechseln, ne? Ja, aber da fand ich das ja ganz idyllisch hier, oder? Mit so ein paar Waldgeräuschen. Da sind dann auch die Spinnenweben kurz egal. Sehr krass gemacht. Feier ich des Todes. Oh. Was wird's denn jetzt? Der Zitterer wieder. Schon wieder? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ja, das ist auch das Erste, was ich jetzt machen würde. Oh, ich hab irgendeinen Anfall. Erstmal Gesicht waschen. Ich muss jetzt was nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Ja, wo finde ich denn was? Bah. Ich fühl alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich muss durchhalten. Ich kann es. Wo hab ich denn mein Zeug? Ich brauche es. Es wird dann besser. Oh mein Gott. Da ist es doch. Nehmen wir. Oder sind das einfach Drugs, die wir uns reinknallen? Sind wir einfach ein mieser Junkie und das sind die Kicks beim Runterkommen. Dann hätte ich mich maybe anders entscheiden sollen. Ah, Sibero, das war Timing, ne? 18. Monat. Vielen Dank. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Er ist wirklich weg. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Muss ich mich jetzt erinnern? Oh Gott, 16 Uhr irgendwas, ne? 16.15 Uhr. 16.15 Uhr. 16.15 Uhr. Ja, genau. Ich bin sicher, ich habe auf die Uhr im Park geschaut, als ich ankam. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Äh, ich weiß es nicht mehr. Beige, glaube ich. In beige. Beige. Und eine Hose. Die Hose war grün. In grün. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Na ja, na ja. Ja, ja klar. Ich, ich war nicht weg. Ich habe dem Karussell nicht zugegeben. Wie konnte Sean dann verschwinden, wenn Sie das Karussell die ganze Zeit im Auge hatten? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Gewartet, gesucht, ja. Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben, glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? In der Family. Dann haben wir noch vier Tage, um ihn Leben zu finden. Yo! Oh, shit! Er wollte es hören. Und es war anscheinend nicht nur ein weirder Traum. War das wirklich dann ein Persönlichkeitswechsel? Ist er der Killer? Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt! Ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu Valir nicht gereicht? Boah! Wow! Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Glaube ich ihr. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse ihn. Junge, wenn du denkst, du bist fertig mit der Scheiße, die man so erleben kann, ne? Und es reicht. Dass du ein Kind verloren hast. Und jetzt kommt vielleicht mal ein bisschen Normalität zurück. Nee. Am Arsch. Na gut. Mal schauen. Wie es weitergeht. Dienstag, 21.52 Uhr. 35 Millimeter. Ein kleines Geschäft. Guten Abend. Schönen guten Abend, Sir. Oh, moin. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Hm. Mitfühlen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Äh, Sean retten. Der Killer hat noch einen Opfer entführt. Einen Zehnjährigen. Wie Ihren Reza. Hören Sie. Ich habe genau vier Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas. Für meinen Sohn. Also. Würden Sie jetzt bitte gehen. Jo. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten. Rechts. Danke. Das ist der falsche Weg. Was ist die Mucke dazu? Chips. Okay. Gedanken. Verdammtes Asthma. Kann nicht atmen, wenn es regnet. Die Inhalatoren sind ganz am anderen Ende des Ladens. Kann nicht atmen, wenn es regnet. Die Inhalatoren sind ganz am anderen Ende des Ladens. Hier vermutlich. Schade, dass er nicht reden wollte. Hätte was wissen können. Ja. Hier. Einfach so. Oh, jetzt Skinny Pete. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Nach der Kasse, wa? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine scheiß Spielchen. Klar. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Ich sollte... Scheiße, bist du trau? Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann. Schön langsam. Scheiße, die haben jeden Chips. Mein Geld zu stillen. Ey, na? Die waren im anderen Gang. Okay. Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich hab dir eine Scheißkugel zwischen deiner Scheißaugen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie werden mir mein Geld nicht stehlen, Sir. Es gehört mir. Da kann ich dazwischen gehen, oder? Bevor es zu spät ist. Mann, du Penner! Mach das Ding auf! Muss er was machen können. Los! Nicht umdrehen. Nur nicht umdrehen. Das kann ich nicht tun. Ich mach dich kalt. Come on! Oh nein! Oh! Der hat gesessen, Mann. Der Bär ist zurück. Die Böse mit den Chips. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Schuhkarton? Darf ich? Eine Echse? Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Aber was ist mit dem... Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Mein Inhalator? Ja. Der liegt da jetzt. Naja. Gut, dafür haben wir jetzt einen neuen Schuhkarton. Sehr schön. Oh. Hallo. Ich würde sagen, eine spielen wir noch, oder? Eine gönnen wir uns. Wiederholt drücken. Das mache ich. Ja, der tritt sich fester, ne? Die Ameisen fressen den schon auf. Mittwoch, 2 Uhr 44, 39 Millimeter. Etwas mehr geworden. Moin. Das sind für eine Designer Butze, Junge. Aha. Was haben wir da? Eine Uhr. Fancy. Erstmal aufstehen. Joa. Oh, gute Bubu-Time, ne? Gönnung. Haben wir noch? Fernseher. Oh, es läuft Schneesturm, Junge. Neuesten Blizzard News. Könne ich mich wieder hinlegen? Was haben wir hier noch? Ah, ist wieder Musik, ja? Ja, vielleicht ist bei der Musik besser, wenn es ausbleibt. Holy shit. Hier können wir raus. Wo geht es da hin? Ah ja, ins Badezimmer. Das sieht gut aus. Was ist denn das hier? Ein Spiegel? Oder dann so fette Fliesen? Ich komme auf den Stil der Einrichtung gar nicht klar. Ist das wirklich so neumodisch? Versus altes Bauernhaus, oder? Junge. Crazy, sage ich. Erstmal Wasser ins Gesicht. Jawohl. Das Wasser spritzt hier ins Gesicht. Einwandfrei. Jo. Haben wir sonst noch irgendwas? Bisschen Dusche. Du, was? Okay. Dann gehen wir hier einmal rum. Und... Nice. So. Zack. Schon sinnvoll wieder frisch, Leute. Back im Game hier. Draußen regnet's. Und drinnen auch. Duschi, duschi. Ich bin ja Langduscher. Langduscher und Warmduscher bin ich. Dafür habe ich es mir mittlerweile jeden Tag abgewöhnt. Was haben wir hier noch? Tablettchen. Boah. Rein damit. Da werden die Pupillen direkt größer. Hm. Meine Medikamente. Wo ist die Busbox, Bruder? Wo ist der Rave? Scooter, bist du hier in diesem Raum? Ah ne. Toilette? Ne. Wir haben hier die Dusche gepinkelt, oder? Ist kein Problem. Wir sind da ja sparsam unterwegs. Was ist denn das für eine Bude, Junge? Komme ich gar nicht drauf klar. Dann haben wir hier auf einmal so ein Säulenelement. Da geht's noch runter. Ist sogar eine Treppe mit drin. Aha. Aha. Hier ist das Bett. Noch eine Lampe. Böp. Die machen wir uns mal an. Wild. Hm. Kann ich mir hier noch Klamotten suchen vielleicht? Dass man nicht... Nur in... Unterbuchse rumrennen? Oh, wir genießen das. Ja, ist auch warm. Ist auch warm. Hardstyle will never die, ja. Erst retten wir den Rave und dann die Welt. Aussicht ist aber schon ganz geil. Ah, ist das cool. Wir haben hier einen Laptop. Aber der ist bestimmt sehr wichtig, oder? Ja, da triggere ich bestimmt was. Will mich erstmal noch umgucken. Was haben wir denn da? Wir müssen ja irgendeine Connection wieder haben, ne? Zeitungen. Oh. Was denn jetzt? Haben wir ein Kätzchen? Ah, ist natürlich creepy. So ein Sound in der Bude, wenn du alleine bist? Das ist nicht schön. Das ist wahrlich nicht schön. Was kochen? Erstmal einen Wein drauf trinken. Ah, ne, ist Wasser. Okay. Oh, ein bisschen hier. Komm. Wir müssen uns hydrieren, wenn es so warm ist, Freunde. So. Sehr schön. Gleich leergesüppelt hier. Drei Liter Pulle, Junge. Aber was soll der gar jetzt? Schön so großen Amikanister Kühlschrank. Wir können überall reingucken. Also das feiere ich extrem. Bisschen Milch. Und, was haben wir hier? Was ist das denn? Tee? Oh, die Tasse in die Mikrowelle? Bin verwirrt. Was bin ich sehnt? Was habe ich in meinem Zorn entfesselt? Würdest du dich so erschrecken, wenn du ein Kätzchen hättest? Das kommt ganz auf das Geräusch an. Ich bilde mir ein. Ich kann das mittlerweile unterscheiden, was mein Kätzchen macht. Und was der mörderische Einbrecher ist. Aber Einbildung ist bekanntlich auch eine Bildung, ne? Was habe ich denn da jetzt warm gemacht? Eine Milch? Einen Kakao? Man macht doch nicht Tee oder Kaffee in der Mikrowelle nochmal warm, oder? Komplett krank. Kalten Kaffee aufwärmen macht man auf der Arbeit auch teilweise. Was? Da läuft sie ja bei eisgalten Rücken runter, Freunde. Aber gönnt euch. Ja, doch, doch. Gönnt euch mies. Warum denn nicht? So, hier könnte man... Oh, der große Schritt. Ja. Oh, wir haben einen Kühlschrank aufgelassen. Natürlich nicht sehr energiefreundlich. Hat der Kühlschrank gerade gewackelt? Warte, was? Was passiert denn hier? Haben wir wirklich einen Poltergeist? Kommt Huibu, der Schlossgespenst, oder... Ist jetzt irgendwas hinter der Tür? Nein. Oder? Da ist wirklich jemand? Oder habe ich auch irgendwelche Wahnvorstellungen? Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Der Tür ist geiler, würde ich sagen. Hier ist jemand in der Wohnung. Schnell hoch. Echt jetzt? Oh, komm schon. Oh mein Gott. Wow. Ist das wirklich wer in der Wohnung gewesen? Wow. Das ist kein Kätzchen, Leute. Spür die Leiter. Ja, Zorn des leitenden Angestellten. Zwei. Oh, scheiße. Wieso? Was ist das denn hier für eine Gegend? Ja, der war gut. Der hat gesessen. Das war mein Zauberspruch. Eier Zafetzus. Oh mein Gott. Was für ein fucking Albtraum, Mann. Sehr gut. Schöner Ellbogen. Wow, aber... Bewegung sitzen. Holy fuck. Bin ich Special Agent oder was? Scheiße. Was machen wir jetzt? Das Knie. Oh, Ohr abreißen ist auch okay. Die gute Lampe. Ja. Oh shit. Ein Eiferkack. Nein. Weg mit euch. Junge, die gute Bude. Alles wird zerlegt. Oh, 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 oh. Ja, wenn es nur einer wäre. Der Fernseher. Oh nein. So leg dich erstmal hin, mein schöner. Oh. Ach, du Scheiße. Ach, komm. Yo. Eure eigene Medizin, ihr Wichser. Und schnell. Badezimmer. Verbarrikadieren. Was können wir hier machen? Ey, also was? Sind das doch... Oh, come on. Oh mein Gott. Wie war das mit den sehr realen Träumen? Ey. Diese stinkenden Game Designer führen uns komplett hier einmal Richtung Hobbs gehen. Oh mein Gott. Träume ich auch jede Nacht, ne? Ganz normal gewesen. Ach, du Scheiße. Ja, da müssen wir noch eine Mission machen, oder? Das war ja jetzt viel zu aufregend. Eine müssen wir dann noch machen. Also das ist... Oh, das ist ja schon mal gar nicht hier mit uns, oder? Mittwoch, 7 Uhr 31. 43 Millimeter. Presse vom Haus jetzt versammelt, ne? Das war leider kein Traum. Das war ja der, den wir bekommen haben, ne? Der so ultra weird war, oh Gott. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Da geht man, wenn man so einen Zettel bekommt, nicht erst mal sowieso zur Polizei. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Was meint er mit dem Kirchgang? Ist das eine Anspielung auf unseren Psychodok? Wo ich auch dachte, ist das in der Kirche? Oder ist das was, was biblisch ist? Ist das ein Text, den man kennt? Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen. Könnte halt so ein Abschlusstext von irgendeinem Buch sein, ne? Hm. Das ist aus dem Rattenfänger von Hameln? Oh, wirklich? Aha. Das wäre spannend. Bringt uns aber nicht wirklich weiter, ne? Noch nicht. Oh. Oh nein, das ist das mit dem Schließfach, was er im Laden erzählt hat. Und Bugs Bunny ist der Mörder. Scheiße. Ich muss hier weg und raus finden, was dieser Schein bedeuten soll. Man sieht, es ist Obst im Haus. Wir müssen raus, ja. Wir müssen raus. Mal in den Kühlschrank gucken. Nein, Kartons. Sollte ich vorne raus? Nee, da steht ja ganz im Presse-Heinis. Sieht aus wie ein Schließfachschein. Wissen wir jetzt durch die andere Story, was es damit auf sich hat. Der Brief könnte etwas mit Chance Verschwinden zu tun haben. Ich muss ihn der Polizei zeigen. Ja. Was bedeutet das? Eine Art Geschichte? Ein Märchen. Mhm. Der Engel auf dem Schein. Den habe ich schon einmal gesehen. Ich bin der Origami-Killer. Die Morde passieren während meiner Blackouts. Ich bin es. Was? Wait. Wait a second. Was? Was? Okay, also er denkt selber in dieser Richtung. Was zum Fick? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Ist dann vermutlich nicht so. Muss ja irgendeinen größeren Zusammenhang geben. Ich glaube, ich weiß, woher der Schein ist. Brief behalten. Origami. Die Origami-Figur in meiner Hand nach dem Blackout. Es ist die gleiche, die der Mörder in die Hände der Opfer legt. Ich habe keine Ahnung von Origami. Wo ist da der Zusammenhang? Verdammte Reporter. Die belagern den ganzen Tag mein Haus. Ja, das glaube ich. Was habe ich mit Sean gemacht? Ich... Ich muss etwas getan haben. Aber ich erinnere mich nicht. Scheiße. Muss ich mich dann selber jagen oder so? Ich bin fertig. Ich habe heute Nacht kein Auge zugetan. Ja, wir wollen ja trotzdem zum Schließfach. Ich kann ihm nicht wehgetan haben. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Aber was habe ich bloß getan, als er auf dem Karussell war? Es gibt kein Zurück mehr, wenn ich Sean etwas angetan habe. Ja, davon gehen wir mal nicht aus. Das ergibt keinen Sinn. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich könnte... Würde... Niemals so etwas tun. Ich würde alles geben, um zu wissen, wo Sean gerade ist. Jemand hat mir den Brief aus einem bestimmten Grund geschickt. Er war erst doch selber. Kämpft er die ganze Zeit gegen sich? Das wäre so abgefuckt, Mann. Da komme ich tatsächlich zum Auto, ohne in die Paparazzi rein zu rennen. Das ist gut. Ich mag den Song zwar ganz gern, aber das muss nicht sein. So Schizophrenie-mäßig, ne? Wäre möglich. Boah, das wäre aber so schlimm. Was wäre das dann für ein böses Erwachen, ne? Holy fuck. Kurz bei den Nachbarn einbrechen. Na, schönes Wetter heute, ne? Toller Garten, Freunde. Toller Garten. Dann gehen wir mal zu unserer Karre. Und hoffen, dass wir durchkommen. Ich finde es bemerkenswert, dass hier niemand einen Regenschirm hat, wenn es seit Wochen durchregnet. Vor allem, die sehen mich wirklich nicht, oder was? Ihr seid auch ein paar Eumel, Junge. Die haben Regenschirme, aber ich nicht. Tausche Story-Details gegen Regenschirme. Nein? Na, dann verpisse ich mich halt. Auf Wiedersehen. Aber wie reudig, oder? Dann die Eltern so zu belagern, also... Bäh. Widerwärtig, Mann. Fresst meinen Staub, ihr Schweine. Oh. Okay. Handschneiden vergessen. Ja, damn. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Ja, das fühle ich auf jeden Fall, Bruder. Das ist ja hier Gamescom-Feeling. Die Gepäckschließfächer sind auf der anderen Seite des Bahnhofs. Natürlich sind sie das. Ich schaffe es nicht. Ich kann kaum... Ich... Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Boah, es ist aber auch extrem, Mann. Aber wir müssen. Schritt für Schritt. Ganz in Ruhe. Panikattacken. Sein Onkel, Junge. Ja. Was? Das ist ein... Was? Was zum Fick? Oh Gott, echt? Oh mein Gott! Ist das unheimlich, Junge. Entschuldigung, darf ich mal durch? Ja, sorry. Was ist das denn für ein Zusammenbruch? Oh ne, er ist einfach weg. Er ist da vorne jetzt. Boah. Ist das geisteskrank, Mann. Was? Oh ne, er ist wieder weg. Da vorne. Boah, das triggert er auch mit rein bei so Menschenmassen, ne? Ist das geisteskrank, wie sie so zusammenfallen. Aber wie nasse Säcke. Ist auch schon ein Zeichen dafür, dass wir die alle töten? Ich bin doch da, Mensch. Oh mein Gott. Da wäre ja auch wahnsinnig gewonnen hier. Jason! 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 Dad! Fuck, Mann. Und diese Kackstatue echt. Aber wir sind da, irgendwie. Naja. Maybe. Hat uns genau das ja jetzt geholfen, da durchzukommen. Auf ne sehr weirde Art und Weise. Aber fuck it, wir sind da. Ein Albtraum. Alles war nur ein verdammter Albtraum. Jason. Jason ist tot. Schizophrenie hören Stimmen. Schizophrenie hören Stimmen. Ihr meint multiple Persönlichkeiten. Aber auch die machen sowas eher weniger. Das mit den gespaltenen Persönlichkeiten, das oft fälschlicherweise Schizophrenie genannt wird, heißt, glaube ich, Dissoziative Persönlichkeitsstörung. Oh, okay. Ja, bin ich auf jeden Fall nicht so fit, was die Differenzierung da angeht. Dankeschön für die Hinweise. Geschafft. Ich habe es durch die verdammte Menschenmenge geschafft. Die Schließfächer. Jetzt nur noch das Richtige finden. Ja, irgendwo... Hier kann ich durch. Scheint so... Sag mal, wir wollen schon hier bleiben. Wait. Warte. Wir haben das doch gut geschafft gerade. Reihe 18, Fachnummer 3. 1803. Jo. Schönen guten Tag, der Herr. Kann der mir nicht helfen? Anscheinend nicht. 1803 war der nochmal. Reihe 18, Fachnummer 3. Reihe 18. Müsste ja irgendwo hier sein. Da ist 16, 17. Da ist 5. Hä, warte, was? 16, da ist 19. Hä, bin ich gerade zu blöd? 18 zu finden? Haben sie das extra noch ein bisschen getrickt? 3, 12. 13. 16. 8, 9. Ey, war schon richtig da hinten, oder? Oh Gott. Das hier... Das wäre auch nichts für mich, ne? Wenn ich hier das erste Mal was suchen würde, würde ich mich vom Bulli selber verschicken aus Versehen. Hier ist so 17, 16. 15, 17. Ich suche aber 18. Äh, da vielleicht? 5, 18. Ah, hier ist die 18. Okay. Da ist die 18. Da brauchten wir die 3. Ja. Reihe 18, Fachnummer 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da ist es doch. Boah. Uh, zu aufgeregt. Ah, das ist wieder so ein Schuhkarton. Damn. Und was ist da jetzt drin? Und das heißt ja auch, er war hier. Naja, wobei, er kann auch irgendwen geschickt haben, ne? Das gehört ja auch irgendwie zu dem Psychospielchen hier. Nein, erfahren wir nicht, was drin ist? Echt nicht. Ich schätze so eine Origami-Figur. Was für ein abgeranztes Zimmer, ey. Auch die Locations werden immer räudiger, wirklich. Egal in welchem Storys-Strand. Aber es regnet weiter. Regen, Regen, Regen. Und der Schuhkarton. Ja. Leute. Dann werden wir wohl noch ein bisschen gespannt warten dürfen. Dachte ich, das war ein ziemlich kurzer Cut. Okay, ich dachte jetzt kommt wieder ein Twist. Aber nein, wir sind noch in der Storyline. Okay, Kommando zurück. Das war nur ein Bait. Alles ist gut. Und ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem erstmal oben, bevor wir da jetzt reingucken. Aha. Bügeleisen. Schön. Ja. Eigenes Bügeleisen hier im Zimmer. Junge, Junge. Das sind Zustände. Mal rausgucken. Regen. Öfter mal was Neues. Gucke da. Okay. Nichts Besonderes. Ein paar Willkommensgeschenke hier. Flasche Bier. Ein paar Chips. Das kennen wir schon. Ein paar Bildchen. Die Lampe ist ja wild, die ja auch hängt, oder? Riesenfernseher da. Dicke Röhre. Können wieder mal pinkeln. Gibt es bestimmten Erfolg, oder? Wenn man überall pinkeln war. Hey. Ja. Medikamenten-Manfred war auch schon hier. Ah, wir sehen ganz schön fertig aus, ne? Bart ist auch gewachsen. Haben wir in der ersten Mission minutiös rasiert. Und ein Gesicht waschen. Der Lifestyle. Ich glaube, ich habe mir erst so ein, zwei Mal in meinem Leben gezielt mein Gesicht gewaschen. Seid ihr Gesichtswäscher? Macht ihr sowas manchmal? Haha. Ich nicht. Entweder gehe ich ganz duschen, oder ich lasse es, so nach dem Motto. Hatte ja einen in der Berufsschule. Der ist dann mitten in der Unterrichtsstunde wortlos aufgestanden. Ist zu diesem großen Kunstwaschbecken gegangen. Kennt er die noch aus dem Kunstraum, wo man auch die Farben und so reingeballert hat. Hat sie erst mal das Gesicht gewaschen. Hat sich dann wieder hingesetzt. Als wäre es das Normalste der Welt. In der laufenden Stunde, während die Lehrerin was erklärt hat. Hahaha. Junge, die Berufsschule, ne? Vielleicht hat mich das auch für immer verstört. Ich weiß es nicht. Also eins sind Bad waschen, dann einölen. Aber den ganzen Körper meinst du dann einölen, ne? Und dann so übers Wohnzimmerparkett rutschen. Berichten zufolge verschwand gestern im Laufe des Abends ein Junge aus dem Bezirk Stanton. Er wurde zuletzt mit seinem Vater im Park gesehen. Genaueres ist nicht bekannt. Im Zusammenhang mit dem Fall Jeremy Bowles liegt der Verdacht nahe, dass der Origami-Killer erneut zugeschlagen hat. In diesem Fall stiege die Opferzahl auf neun. Neun ist aber auch schon sehr, sehr krass. Das waren genau die Nachrichten, die wir hören wollten. Was haben wir hier? Oh, nicht mal ein Bierchen drin. Das sind wahrlich schlimme Zeiten. Und Balkonien haben wir auch, ne? Ganz so verranzt ist es dann ja doch nicht hier. Sogar einen eigenen Stuhl. Guck mal. Können wir ein bisschen das tolle Wetter genießen. Junge, wenn es so Genuss aussieht, dann bin ich glaube ich raus. Tja. Interessante Location. Tür wieder zumachen? Ja, zieht sonst, ne? Da haben wir den deutschen Endgegner hier, den Durchzug. Den brauchen wir nicht auch noch. Dann machen wir mal Lucky Lucky. Oh, es wackelt wieder, ne? Nervosität. Und? Oh, das ist ein bisschen mehr, als ich erwartet hab. Ist es gut, das so auszukippen? Handy, ne Waffe, ne Echse. Origami-Figuren aus Geld. Mit Nummern drauf. Irgendeine Speicherkarte. Was zum Fick? Ein Bärchen. Bärenbrüder. Aha. Klappe ich den auseinander? Wow, was? Sind sie bereit Mut zu zeigen und ihren Sohn zu retten? Mit ner Adresse. What? Okay. Ist ja merkwürdig. Sind sie bereit Mut zu zeigen, um ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt. Klingt auch schon gar nicht zielichtig, oder? Joes Werkstatt. Und Parkplatz. Roosevelt Avenue, Lexington. Mhm. Die Echse, der Hai, Schmetterling. Was ist mit dieser Karte da? Also, was ist auch schlimm, oder? Wenn man ne Speicherkarte geschickt bekommt. Irgendwelche Fotos drauf, Junge. Da würde ich glaube ich auch vor Aufregung kotzen, bevor ich die reinmachen könnte. Video. Hilfe! Dad! Schauen! Wo bist du? Oh, wow. Mir ist so kalt! Dad! Dad! Wie weit würden sie gehen, um jemanden zu retten, den sie lieben? Jetzt fängt der an mit irgendwelchen Psychospielchen oder was. Bei den anderen soll das nicht gewesen sein. Erst bei uns. Fünf Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Und da sitzt er in so einem Wassersammelschacht, ne? Und der regnet langsam voll und dann ertrinkt er am Ende auch. Wow! Was für abgefuckte Scheiße, Mann. Ist das krank. Für ihn ist das ein Spiel. Mhm. Tja, was macht man damit jetzt? Verstecken? Runterm Bett? Statt draußen stehen lassen? Na gut. Und dann dieser dauerhafte Regen. Er macht's leider in keiner Situation irgendwie besser. Kacke. Komisch, dass da nicht stand, keine Polizei. Das stimmt wohl. Nun gut. Ich denke, das war ein sehr guter Punkt. Der Mörder ist weiß. Um für heute einen Cut zu setzen. Auch wenn wir anscheinend jetzt wissen, dass der Mörder weiß ist. Aber da haben wir ja jetzt den ersten großen Knackpunkt anscheinend. Wie wir an den Mörder rankommen. Wie wir weitermachen. Und ich bin super, super gespannt auf den nächsten Streams. Konnte am Anfang ja gar nicht absehen, wo unsere Reise hier hinführen wird. Und jetzt bin ich so mittendrin. Würde am liebsten jetzt 10 Stunden durchziehen. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir in unseren üblichen Rahmen bleiben. Nenne ich mich immer in den Abend-Streams. Ausrufezeichen Streamplan. Wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten immer mittwochs, freitags und sonntags. Ja, da gehen wir dann auf Origami-Jagd. Freue mich sehr auf die weiteren Entwicklungen. Und es scheint auch ein wirklich großartiges Game zu werden. Spannung pur. Der Suchtfaktor ist da. Jawohl, liebe Leute. War wieder sehr, sehr schön. Hoffe euch hat es auch gefallen. Es ist schön im Rahmen der Möglichkeiten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst beziehungsweise die Tage wieder hören. Bedanke mich fürs Reinschauen. Bedanke mich für euren wunderbaren Support. Und wünsche euch natürlich einen wunderbaren Start in die neue Woche. Und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Hau da rein. Und... Schohoos.